Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Bewegt-Bild-Fressen der deutschen Podcast-Unterhaltung. Einen wunderschönen. Der Peter ist wie immer am Start. Das ist nichts Besonderes. Aber ganz besonders ist, dass wir die BBBs, die Bewegt-Bild-Bannausen, endlich mal wieder bei uns zu Gast haben. Und da sind sie. Sie kommen hereingelaufen. Einen Riesenapplaus bitte für Gass und Lee aus Berlin. Ja, endlich mal bei Kino Plus. Endlich haben wir's geschafft. Lieben Dank. Hier, Cinema Strikes Back leider. Ach so, okay. Ja, hi Jungs. Freuen uns. Ja, wohnt mal wieder Zeit, ne? Lang ist es her. Ja, man sieht sich ja und trifft sich ja immer wieder bei euch im Haus oder bei uns im Haus oder sonst wo. Ja, aber stimmt schon. Es ist eine ganze Weile her. Morgen, Morgen, Morgen. Dass ihr bei uns wart, genau. In der WhatsApp-Gruppe läuft man sich häufiger mal über den Weg. Ja, ihr habt ja auch mehr Freunde als wir. Arbeitskollegen, meinst du? Nee, wir müssen halt länger warten, weil ihr so viele Freunde habt, die ihr dann einlädt. Und dann ist die Frequenz halt größer. Das stimmt. Und meinst du, ja, wir sind die, die sie einladen, wenn kein anderer Bock hat? Nee, das dauert halt eine Weile, bis sie die anderen halt durchhaben, verstehst du? Weil die so beliebt und sozial umgänglicher sind als wir. Und wir sind halt so, ja, okay, drei, vier Gäste und dann müssen wir von vorne anfangen, weil mehr Leute kennen wir nicht. Jetzt ist es immer so kompliziert, vier Leute zu organisieren. Stimmt schon, ja. Wir waren dann so häufig bei euch, gefühlt, dann ist das immer so, okay, man hat schon was gemacht. Und dann muss ein bisschen Puffer dazwischen sein, aber dann fällt auf so, nee, wir waren eigentlich fast die ganze Zeit nur bei euch. Nee, ihr wart schon lange nicht mehr da und das müssen wir mal ändern. Das Problem ist, dass so viel Platz, also so viel Distanz zwischen uns ist. Nicht nur persönlicher Natur, sondern natürlich auch räumlicher Natur, genau. Ich sag's ja immer wieder, wenn ihr mal in Köln seid, kommt vorbei. Und ich war auch schon lange nicht mehr in Berlin. Peter sowieso auch nicht. Ja, in Berlin seid ihr natürlich auch herzlich von uns eingeladen. Ja, natürlich. Da gehen die Biere mal auf uns, wenn wir hier mal unterwegs sind und ein bisschen was aufnehmen live und so. Dann seid ihr natürlich auch herzlich willkommen. Guck mal, Peter, demnächst versuche ich mal hier die Filmförderung Düsseldorf mal irgendwie anzuzapfen. Wenn die irgendein serielles Format von uns unterstützen, dann können wir auf jeden Fall mal hier so ordentlich Leute einfliegen. Ja, cool. Wenn wir dann keinen finden, dann holen wir den Guess und den Lee rein. Das klingt nach dem Plan. Also bevor ihr natürlich jetzt hier alle weiterhört, jeder von uns bringt einen Film mit. Das war der Deal. Wir haben keine Ahnung, was besprochen wird. Das ist sonst anders. Und am Ende besprechen wir einen Patreon-Pick alle zusammen. Und ich kann schon mal versprechen, das wird bestimmt sehr, sehr wild. Das ist bestimmt sehr, sehr merkwürdig, weil es ein sehr merkwürdiger und untypischer Film für uns ist. Das ist nur ihre Meinung. Das wird großartig. Eine Berliner Ikone habt ihr für uns vorbereitet. Oh ja. Das ist wahr. Das ist wahr. Das stimmt. Passt gut. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt. Der Guess fängt nämlich an. Ich bin mal ganz gespannt, was er da für einen Film mitgebracht hat. Und ihr könnt natürlich, das ist ja bei euch, alle, die natürlich jetzt hier zuhören, haben natürlich längst Bewegt mit Banausen abonniert. Nicht nur bei YouTube, sondern Instagram und so weiter. Steady, Patron, ihr seid überall am Start. Sind wir. Ja, Guess, hau rein. Ich bin super gespannt, was du mitgebracht hast und welche Punkte du gibst. Wir machen zwar jetzt nicht das große Punkte-Raten wie bei euch, aber könnt ihr ja trotzdem mal sagen. Ja, gerne. Wir können sogar den direkten Vergleich bringen, weil ich die Einladung, genutzt habe, Filme, die Lee schon gesehen hat bei uns und irgendwie darüber geredet hat. Darf mich mal zu überzeugen, wie die bei mir so ankommen. Und konnte mal einen aus dieser Riege nachholen. Und wir haben mal von einem Hörer so ein Postergeschenk gekriegt. 250 Filme, die du unbedingt gesehen haben musst. Und da musst du die halt immer freirubbeln, wenn du die halt irgendwie gesichtet hast. Aha, geile Idee. Lee hat dieses Poster komplett abgehakt, hat alles abgegrast, was da drauf ist. Und bei mir sind halt noch ein paar Sachen offen, die ich noch nicht gesehen habe. Und jetzt habe ich mal die Chance genutzt und habe mal einen von diesen Filmen geguckt. Ich habe ja erstmal einen anderen Film gesehen, den ihr schon hattet. Und das habe ich logischerweise danach erst in der Tabelle abgeglichen. Also der ist nicht und habt jetzt einen Ersatzfilm gepickt. Sind das jetzt so die Top 100 von IMDb oder so? Das ist eine ganz komische Mischung, weil die sind da mit drin. Da sind ganz viele von der Top 250 IMDb mit drin. Aber dann sind auch so Genrefilme drin wie, weiß ich nicht, also auch so Memories of Murder und so Filme, die halt nicht in der Top 250 IMDb drin sind. Ich weiß nicht, wie sich das zusammensetzt. Also wir haben es nicht ganz geschnallt, woher diese Zusammensetzung kommt. Oder Tony Erdmann ist da drauf, zum Beispiel so eine Sache. Also nicht ausschließlich. Ich weiß nicht, wie die das konzipiert haben. Also jetzt kommt ein Knallerfilm. Ich bin gespannt. Was heißt Knallerfilm? So habe ich ihn gar nicht angekündigt. Ich habe nur gesagt, dass Lee den schon gesehen hat, mehr nicht. Aber es ist ein Film aus Norwegen. Ich habe ja hier auch schon mal den einen oder anderen Film nicht englischsprachig hier gebracht. Und der ist aus dem Jahr 2001. Und dieser Film heißt Elling. Und es ist ja auch nicht so leicht, bei euch Filme zu finden, die nicht in der Tabelle drin sind. Weil ihr habt ja auch schon eine Menge durchforstet. Ihr seid ja auch sehr fleißige Gesellen. Und den hattet ihr noch nicht. Geil, du hast Elling gesehen. Ich habe Elling jetzt gesehen. Habt ihr schon mal das von dem Film gehört? Nee, gar nicht. Sagt euch nichts. Peter auch noch nichts gehört von? Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Super geil. Dann bin ich ja noch gespannter. Ja, dann versuche ich mal zu berichten, worum es hier geht. Wie gesagt, der ist auf dem Poster drauf und ist schon so in Kritikerkreisen ganz gern gesehen. Und ist gerade so, in Norwegen ist das eine Kultfigur, die da mit diesem Film da begründet worden ist. Es geht um Elling. Elling ist ein Typ, der wurde mit 40 Jahren bei seiner verstorbenen Mutter in der Wohnung, als sie die Wohnung da ausmisten. Das ist alles messimäßig, komplett durcheinander. Und da wird Elling, der Sohn von der Mutter, im Schrank gefunden. Völlig verängstigt, völlig traumatisiert. Und kommt dann erstmal in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich drehe gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern? Achso, hier, Film fressen. Politisch korrekt. In die psychiatrische Klapse. Weil wir immer so politisch korrekt sind. Vor allem ist psychiatrische Klapse natürlich sehr viel besser. Muss man sich ja benehmen. Und der kriegt einen Zimmernachbarn. Dieser Zimmernachbarn heißt Kerl Bahne. Und Kerl Bahne ist ein Typ, Schrank von einem Mann, zwei Meter groß und ziemlich Frauen fixiert. Der ist halt notgeil. Peter quasi. Ja, der ist komplett notgeil. Aber im Gegensatz zu Peter, was ich hoffe, ist der Typ halt noch Jungfrau. Der wurde halt noch nie Platz gelegt. Der hat halt keinen Sex gehabt. Das wäre wirklich traurig bei Peter, weil er hat ja seit mehreren Jahren die gleiche Freundin. Wenn du jetzt auf dem gleichen Status wärst, wäre das wirklich eine traurige Nummer, die du hier ordnst. Die Sache ist, Peter ist nicht verheiratet. Natürlich ist er noch Jungfrau. Genau wie ich. Natürlich. Nicht Sex vor der Ehe. Nein, nein. So. Korrekt. Da sind wir schengläubig. Und es ist uns nicht viel heilig, aber das schon. We think that sex before marriage is a sin. So kennt man die Kölner. Immer Anstand bewahren beim Karneval. So, wie gesagt, Köln-Bahne, über 40 und will halt immer irgendwie alles über Frauen wissen. Sofern da irgendeine Frauengeschichte da gespielt wird oder jemand über eine Frau erzählt, erzählt er gleich, wie sieht die denn aus? Wann war das denn? Wo hast du die denn kennengelernt? Und so. Und das wird im späteren Verlauf auch nochmal eine Rolle spielen. Weil jetzt haben wir folgenden Fall. Nach zwei Jahren werden die zwei staatlich gefördert in Oslo, Uslu, wie es heißt, wie ich gelernt habe, werden die in eigene Wohnung verfrachtet. Und sollen da so ein bisschen in das normale, zivile Leben wieder integriert werden. Und die sind natürlich alles andere als selbstständig, weil... Einer ist nicht anständig. Hirn geht nicht. Wenn wir jetzt Elling nehmen, der hat 40 Jahre, hat er nicht einmal die Wohnung verlassen von der Mutter. Er kann sich ganz normal unterhalten und so, ist aber sehr, sehr neurotisch in seiner Art. Und ist auch immer wütend und versteht auch nicht, warum er aus dieser Wohnung rausgehen soll. Weil die wollen natürlich dann einkaufen gehen oder wollen natürlich diese neue Wohnung feiern, irgendwie in die Bier trinken gehen. Und Elling wehrt sich total dagegen, weil er sagt so, jetzt haben wir hier eine neue Wohnung, warum soll ich denn hier gleich aus dieser Wohnung rausgehen und so. Ich will nicht auf die Straße und so. Das hat natürlich damit zu tun, dass der wenig mit Menschen interagiert hat und dass der sich nicht wohlfühlt, wenn der irgendwo im Restaurant sitzt oder irgendwelchen Menschen begegnet. Das ist ein Heimscheißer. Ja, endet auch nicht gut, als er zum ersten Mal zum Einkaufen geschickt wird, weil Kiel Beane sagt so, ich bin immer der Typ, der einkaufen geht. So, ich habe jetzt die Schnauze voll, geh du doch mal einkaufen. Das ist auch schon so geil, dass die beiden ausgerechnet zusammen wohnen. Ja, ja, und die beiden wurden halt zusammen verbracht, unter anderem, weil die ja Zimmernachbarn sind und sich halt kennen und weil das nicht so fremde Personen sind. Ja, ist naheliegend, aber sind halt jetzt nicht so wahnsinnig kompatibel. Nee, die sind nicht kompatibel. So haben sich ja Peter und ich kennengelernt. Ach so, ja. Hat ja auch mal Zimmernachbarn. Wer von euch beiden war im Heim? Na, dort haben sie sich doch scheinbar kennengelernt. Ach, ihr habt euch dort kennengelernt? Okay. Ja, ja, bei einem Aufstand in der psychiatrischen Klinik haben wir uns kennengelernt. Das ist schön. Ist ironisch, ist einer, ist ja wirklich aus dem Heim. Aber Tag-Team gegen die Werther gemacht. Ach, einer von euch beiden war im Heim? Mhm. Okay, das ist ja interessant. Ja, guck mal, ihr werdet noch Backstories hier. Breit getreten, da kommt noch so eine, einer flog über das Kokosnest-Geschichte noch hervor. Genau. Nicht schlecht, ey. Ja, und Elling ist halt so ein bisschen ein schwieriger, komplizierter Typ, aber er hält sich halt im Laufe des Films, will halt so ein bisschen seine kreative Art entwickeln und fängt halt an, so Gedichte zu schreiben und begeistert sich halt so für Gedichte und für Poesie. Und das ist auch eine super Szene, das ist eigentlich meine Lieblingsszene, weil der fragt sich halt, wie er als Menschenfeind und ohne jetzt irgendwie auf einer Bühne irgendwo aufzutreten oder vor Publikum, weil davor hat er natürlich riesen Schiss, fragt er sich, wie er jetzt seine Kunstwerke, seine Gedichte in die Welt raustragen soll. Und dann fällt ihm ein, weil die beiden kaufen immer die gleichen Lebensmittel. Die haben halt so einen Stapel an irgendwelchen Fertiggerichten, so einen Stapel an Cornflakes mit Kartons und so. Und dann packt er seine Gedichte, seine selbstgeschriebenen, faltet er zusammen und packt die in so eine Cornflakes-Packung. Und klebt die Cornflakes-Packung wieder zusammen und will die halt zurück in den Supermarkt bringen, ins Regal, damit die Leute, die die Cornflakes-Packung kaufen, dann seine Gedichte lesen. Also mega Marketing-Move, das kann man nicht sagen. Und das Geile ist, da kommt der Typ aus dem Supermarkt, der da arbeitet, dieser eine Supermarkt-Mitarbeiter, sieht halt, wie dieser Typ die Cornflakes aus seiner Tasche, also das Gegenteil von Ladendiebstahl, der holt die aus seiner Tasche raus und packt die ins Regal rein. Und denkt so, Alter, was machst du denn da gerade so? Das Gegenteil von Ladendiebstahl. Das war für die psychiatrische Klinik. Das fand ich schon sehr witzig, die Szene, wo er sich dann erklärt, ja, ich vergleiche hier doch nur das Haltbarkeitsdatum und das hier ist weniger her und der hier ist länger her und deswegen frage ich mich gerade, welche ich kaufe, so beim Reinhut rausräumen, dieser Cornflakes-Packung. Aber es ist schon geil, wie dieser Typ vom Supermarkt, die da wischt, hier die Sachen reinräumt, ist das egal, ey. Das ist schon witzig. Ja, das ist Elling und seine Art und ich will natürlich nicht zu viel verraten, was hier passiert, aber es geht unter anderem um diese beiden in der Zivilisation nicht wirklich kompatiblen Menschen, die versuchen da so wie g-mäßig zu überleben. Und Kiel Bjarne findet natürlich alles geil, was irgendwas irgendwie Brüste hat und was sich irgendwie bewegt, egal wie die aussehen, egal wie alt die sind. Und wenn dieser Sozialarbeiter, der die so ein bisschen einweist mit der neuen Wohnung und der natürlich das Ganze superweisen soll und immer auch anruft und das ist auch so geil, weil die rufen mit dem Telefon an und die gehen einfach nicht ans Telefon. Das Telefon klingelt die ganze Zeit und die gehen nicht ran. Und da muss er dem beibringen, wie ein Telefon funktioniert und fängt an, vor denen halt zu erklären, wie Elling so dieses Telefon halt aufhebt und da reinredet. Und dem ist das fremd, weil der sagt so, ich rede nicht in so ein Stück Plastik rein. Ich will das nicht. Er hebt diesen Hörer und er sagt so, ich will nicht mit diesem Stück Plastik reden. Das ist einfach unnatürlich. Das widerspiegelt der Menschen in Natur. Und das ist so lustig, wie der Typ einfach so, du musst einfach nur abheben, sagt er. Der will einfach nicht. Und dann erzählt dieser Sozialarbeiter, der so eine Freundin hat und Kiel Bjarne fängt natürlich an. Wie sieht die denn aus? Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Und fängt dann an, ihn so auszufragen. Ist sie schön? Wie schön ist sie denn? Und das ist natürlich, also der Typ lässt keine Gelegenheit aus. Und irgendwie ist auch egal, ob die Besoffene oder Schwanger ist. Also der findet halt alles geil, was sich bewegt. Akzeptiert er dann auch Punktebewertung oder reicht eine Empfehlung? Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn du willst, kann ich auch Punkte nachreichen. Ich meine, wenn der nach der Freundin fragt, wie hübsch die ist, akzeptiert er nur Punktebewertung? Ach so. Ja, gute Frage. Wo war dann das mit den Punkten? Das hatte ich doch auch mal. Wo jemand irgendwie Punkte geben wollte im Film. Das war, glaube ich, irgendwas mit Mikkelsen? Weiß nicht. Aber mich erinnert der Film an so eine skandinavische Mischung aus Bad Boy Boobie und X-Drummer. Irgendwie so von dem, was ich bisher gehört habe. Okay. Also Bad Boy Boobie kenne ich nicht. X-Drummer habe ich gesehen. Sehe ich nicht ganz so viel drin. Ja, das mit dem, dass er die ganze Zeit auf die Frauen da abfährt und so. Ach so, meinst du das Notgeile? Ja, gut. Okay. Ja, das stimmt. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Bad Boy Boobie, weil der auch ganz am Anfang da mit der Mutter irgendwie jahrelang da irgendwie eingesperrt ist und so und dann erst später in die Welt rauskommt. Auch ein sehr zu empfehlender Film. Ja, es ist eine lustige Konstellation und lustige Chemie zwischen diesen beiden Hauptfiguren. Und das sorgt so ein bisschen für gewissen Charme dieses Films. Lieber hier bei einer 8,5, als wir dann bewertet haben, wenn wir jetzt schon mal zu den Punkten überleiten. Ganz so hoch bin ich dann nicht. Also ich fand ihn schon gut und sehenswert, aber ich bin dann bei einer sehr soliden guten 7. Ah, ich hätte 7,5 getippt. Ja. Hätte schon wieder einen halben Punkt minus. Hätte sie gestartet ins Punkte ran. Aber heute geht es ja um nichts. Klingt super, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also für mich, so wie du es auch gerade gesagt hast, so von wegen so, ja, die Chemie war schon ganz gut so zwischen den beiden. Da habe ich gedacht, okay, gut, dich begeistert das nicht. Ich war schon, nach den ersten paar Sätzen habe ich gedacht, boah, 9 von 10 für mich jetzt. Ja, ist recht kurzweilig. Und kann auch jeder auf Netflix sehen. Also ist auf Netflix streambar. Ach, geil. Ah, der hat doch auch viel Herz, fandst du nicht? Der hat schon viel Herz, aber weiß nicht. Also der hat doch, für meine Verhältnisse hat er zu wenig Lacher gehabt. Ich fand schon, einige Sachen fand ich schon witzig, aber insgesamt hat er auch so ein paar Längen gehabt für mich. Ist schon gut da, aber ein bisschen Raum nach oben. Also für dich auch nicht nachvollziehbar, dass der auf diesem Poster ist? Nee, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich hätte ihn nicht auf dieses Poster geklatscht. Aber da waren ja auch ein paar Filme bei, wo wir uns einig sind. Ja, ja, sowieso. Dass die da nicht hingehen. Ja, den müsste ich jetzt auch nicht unter den Top 250 packen, aber ist durchaus ein guter Film, kann man sich mal angucken. Ah, der wäre auch bei diesen 250 Abzieh-Rubbel gegangen? Genau, der ist da drauf, den kann ich jetzt frei rubbeln. Wie weit bist du mit dem Rubbeln bei dir? Mir fehlen noch 40 Filme circa darauf, oder war das jetzt auf mein Privatleben bezogen? Du kannst die Frage beantworten, wie du möchtest. Du weißt doch, ich bin DJ, also wenn ich da selber viel rubbeln muss, mache ich was falsch um meinen Beruf. Das stimmt, gerade in Berlin. Ich habe doch nur diesen Beruf gewählt, um an Frauen ranzukommen, um nicht mehr rubbeln zu müssen. Um nicht mehr rubbeln zu müssen, bin auch viel zu voll dafür. Das ist in Berlin wie mit Dynamitfischen, ne? Genau. Mit den Damen und so, ne? Genau. Einfach nur die Dynamitstange auf die Tanzfläche werfen, so ist es. Ja. Sehr schön. Ja, das ist direkt mal so ein schöner, besonderer, außergewöhnlicher Film. Klingt ja zumindest. Ich habe mir den direkt mal notiert. Freue ich mich. Können wir leider nicht im Podcast besprechen, Peter. Hat sich gerade erledigt. Aber schon bewusst einen Film gewählt, wo ich dachte, könnte beiden Film fressen eventuell gefallen. Ja cool, das finde ich gut. Wenn die Gäste sich hier Mühe geben, finde ich super. Aber ist ja auch noch nicht ganz richtig, ne? Nur weil der Gäste ihn besprochen hat. Das heißt doch, Filme, die wir besprochen haben, bringen wir nicht nochmal. Ja, dann lass ihn nächste Woche direkt besprechen. Ja. Super interessant. Geil. Content recyceln. Ne, aber so in einem Jahr oder so, warum nicht? Ja gut, notier mal. Finde ich auch nicht schlecht, mal aus einer anderen Perspektive einen Film zuhören und so. Man hört ja auch verschiedene Podcasts, die über den gleichen Film reden. Also insofern ist das ja nichts anderes. Korrekt. Vielleicht. Peter, was hast du denn angeguckt? Ich weiß ja auch überhaupt nicht, was du gewählt hast. Normalerweise sind wir im Vorfeld, wissen wir ja Bescheid, wann welcher Film besprochen wird und ich bin so neugierig, ich bin so nervös heute. Oh, na, jetzt reg ich mich wieder auf. Oh, bitte nicht aufrecht, da muss ich immer pullern. Oh, nein, nicht schon wieder. Ich bin so voller Erwartungen und ich bin so gespannt. Du hast den Titel auf jeden Fall schon gehört, ich habe ihn fallen lassen. Anders als Guest habe ich mir allerdings keine großen Gedanken gemacht, weil ich mir jedes Mal Gedanken mache, was ich mitbringe, wenn wir mit den beiden Jungs hier zusammen wieder irgendwas aufnehmen. Also es ist kein Walter Hill zum Beispiel geworden, das hätte man ja zum Beispiel erraten können. Du hast den Titel heute schon genannt? Nein, ich habe den am Donnerstag auf der Fahrt, glaube ich, genannt. Wie gesagt, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, ich habe einfach jetzt irgendwas genommen. Oma reitet den Beutel leer? Nein, den habe ich gestern erst gesehen. Hast du den Enkel zwischen die Schenkel? Wie kommst du jetzt auf die Titel, bitte? Weil du die genannt hast auf der Fahrt. Habe ich nicht, die habe ich heute einer Kollegin genannt. Achso, okay. Als die besten Pornotitel ever. Die hat er geguckt auf dem iPad, nicht verwechseln. Die hat er geguckt, nicht genannt. Nee, wir waren ja leider nicht alleine auf der Fahrt, deshalb. Bananenfick in Mozambique. Bitte. Sonst schon, aber wir waren ja nicht alleine. Genau. Nee, wie gesagt, ich habe mir keine großen Gedanken gemacht. Ich habe mir absolutes Kontrastprogramm mitgebracht. Ich habe eine schöne Frau mitgebracht, die allerdings wahrscheinlich vergewaltigt wurde. Ich spreche hier von Jodie Foster in The Accused, beziehungsweise Angeklagt im Deutschen, aus dem Jahre 88. Quasi ein True-Crime-Film von Jonathan Kaplan, der auch mehr oder weniger auf wahren Begebenheiten basiert, beruht. Ist das das mit dem Flipper-Automaten? Ja, genau, den kennst du? Nee, ausschnittsweise. Aber Guess hat genickt, das heißt, Guess kennt den. Ich habe ihn gesehen, ja. Ich auch. Ali auch. Ja, scheiße. Warum? Ja, nee, ich meine, mir war schon klar, dass ich ihn mit keinen großen Überraschen kann. Es ist ja schon ein relativ bekanntes Drama, für den ja Jodie Foster auch den Oscar gekriegt hat. Und dadurch wahrscheinlich auch mehr oder weniger auf den Plan, sag ich mal, gekommen ist, weil sie wirklich hier mit Abstand so das Highlight ist. Aber ansonsten fand ich das einen sehr wichtigen Film auch, mit einer sehr interessanten Perspektive auch. Grundsätzlich verfolgen wir hier den Fall halt von der Sarah Tobias, die hier von Jodie Foster gemimt wird, die in der Eingangsszene tatsächlich auch schon um Hilfe ruft. Und behauptet, sag ich jetzt erstmal, von einer Gruppe Männer in einer Kneipe vergewaltigt worden zu sein. Sie gibt das Ganze zur Anzeige, kriegt eine Staatsanwältin zur Seite, die Catherine Murphy, die hier von Kelly McGillis gespielt wird. Die sich allerdings auf einen Deal mit der Verteidigung von drei jungen Männern, die sie halt vergewaltigt haben sollen, ein. Und die gehen dann auf gefährliche Körperverletzungen, sowas in der Richtung. Dadurch haben sie weniger Knast auch zu erwarten. Statt fünf Jahren haben sie eine Freiheitsstrafe von ein bis zwei maximal Jahren. Und das gefällt ihr Sarah natürlich nicht, weil sie weiterhin auch natürlich den Standpunkt vertritt, dass die drei Männer sie vergewaltigt haben. Und die Staatsanwältin lässt irgendwie nicht locker, hat ein schlechtes Gewissen und versucht die Dame auch quasi wieder reinzuholen. Und führt einen neuen Prozess, und zwar gegen das Publikum. Denn zugegen waren bei dieser angeblichen Vergewaltigung noch einige Männer, die eh schon in der Kneipe waren, die die Täter auch animiert haben, sie zu missbrauchen. Und somit wird hier ein zweiter Prozess aufgemacht, der dann tatsächlich auch so knapp die Hälfte des Films einmacht. Somit haben wir jetzt ein primäres Ziel der Anklage, das halt schon im Knast ist, und ein sekundäres, wo auch eine moralische Frage quasi aufgeworfen wird. Ist jetzt der Akt selber oder das Ermutigen bzw. das Nichtverhindern dieses Vergewaltigungsaktes, was davon eventuell sogar schlimmer sein könnte. Und letztlich wird dann halt gegen eine ganze Gruppe von Männern hier der Prozess gemacht. Wird das echt so gegeneinander gestellt? So von wegen, was ist schlimmer? Äh, nicht direkt, aber es wird tatsächlich hinterfragt, inwieweit es ein großes Verbrechen ist, halt nichts zu tun bzw. sowas auch noch zu motivieren. Das Ironische war, glaube ich, dass das Ausmaß der Strafe ein höheres hätte sein können, als die drei, die eigentlich für Vergewaltigung angeklagt waren und letztlich nur wegen gefährlicher Körperverletzung inhaftiert wurden. Ohne da jetzt genau auf den Ausgang des Prozesses einzugehen, finde ich das schon mal eine sehr interessante Geschichte, aber auch eine relativ nachvollziehbare. Die Kruse an der Geschichte ist allerdings, dass die Geschichte aus den Augen von Sarah Tobias erzählt wird. Das heißt, wir haben ja eine etwas unzuverlässige Perspektive der Erzählung, weil sie bei der ganzen Geschichte unter Drogen stand, was natürlich dann auch die Verteidigung anbringt, wenn es darum geht, die drei Männer, die sie angeblich vergewaltigt haben, zu verteidigen. Und sie ist grundsätzlich eher so als leichtes Mädchen, wird sie in der Gesellschaft gesehen. Und das heißt, es wird dann natürlich auch ihr gesellschaftliches Bild mit in den Prozess reingetragen, was das Ganze eventuell so ein bisschen in Frage stellt, inwieweit das von ihr provoziert wurde, inwieweit das von ihr negiert wurde. Da wird auch das Outfit angesprochen, oder? Dass sie sich immer so aufreizend anzieht, kurz zurück und selber schuld und so von wegen. Korrekt, genau. Und das Interessante ist halt, wie das Ganze inszeniert ist, weil wir halt die eigentliche Vergewaltigung, die Gruppenvergewaltigung, am Anfang gar nicht sehen. Wir kriegen sukzessive immer mehr Informationen. Es wird immer zuverlässiger, was hier geschildert wird, weil wir immer mehr reale Aufnahmen von diesem Vorfall halt sehen, weil wir auch unterschiedliche Perspektiven noch sehen, beziehungsweise dazu erhalten, weil es eine Person auch gibt, die das genauso sieht. Eine männliche Person, die auch anwesend war und die dann letztlich auch, ja, in Anführungsstrichen überredet wird, dann auch als Zeuge auszusagen. Ja, das war so der Inhalt. Letztlich ist es ein Fall, der halt auf wahren Begebenheiten beruht, also schlimm genug. Es ist ein Film, man kann es letztlich in einem Satz formulieren, den die Verteidigung ihr im Zeugenstand stellt. Das fand ich sehr bemerkenswert und das ist im Film gar nicht so krass plump und übertrieben dargestellt, aber er zeigt so einen der wichtigsten Positionen hier. Denn der Verteidiger fragt sie, was sie während dieser potenziellen Vergewaltigung getan hätte. Und ihre Antwort war halt, sie hätte sich gewehrt und sie hätte, so war es ihr möglich war, etwas zu sagen Nein gesagt. Weil sie hat natürlich dann davon berichtet, dass mehrfach ihre Kehle zusammengeschnürt wurde, beziehungsweise, ja, man hat halt ihr die Hände vor den Mund gehalten, sodass sie halt nicht viel sagen konnte. Und sie hätte es nicht geschafft, Hilfe zu rufen, sondern sie hätte nur Nein gesagt. Und die Verteidigung meint halt so von wegen, das Nein würde nicht reichen. Es hätte eine Hilfe gebraucht. Nein heißt auch nicht Nein. Genau, sie hätte nach Polizei rufen müssen. Nein ist wirklich zu wenig gewesen in diesem Fall. Und dieses Nein ist wie in einem Film, den wir vor nicht allzu kurzer Zeit für unsere guten Patrons besprochen haben. Ihr seid das ja auch. Klar. Affen Trilogy. Da war ja das Nein auch so ein enorm wichtiger Punkt im Film, wo Caesar das erste Mal dieses Nein sagt. Hier ist es halt etwas mit zurückhaltenderen Tönen, aber ein sehr entscheidender Punkt, weil ein Nein nun mal ein Nein sein sollte. Und es ist egal, wie aufreizend eine Frau sich gibt oder auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler ist, aber wir sehen sie auf jeden Fall auch in dieser Bar, wie sie sich den Männern gegenüber verhält. Aber letztlich alles nichts, was legitimiert, was dann eventuell mit ihr passiert ist. Nee, das ist ja klar. Also Übergriffe, auch wenn man flirtet mit Leuten, heißt ja nicht, dass man direkt irgendwie intim angepackt werden möchte oder sonst was. Nur weil man nett ist und so, heißt ja nicht, dass man auch sagen, es gibt gar nichts, was das rechtfertigt. Ja, genau. Und das ist halt auch gefühlt viel zu wenigen Menschen, unabhängig vom Geschlecht, in der Regel natürlich Männer, nicht bewusst. Das ist aber seit ein paar Jahren schon ein sehr, populär klingt jetzt komisch, aber ein Thema, das sehr laut diskutiert wird in allen Medien. Ja, das ist doch gut. Ja, ja. Ja, du sagst das so gerade, als wäre das so voll die neue Erkenntnis wert. Nein, überhaupt nicht. Nee, das ist ja schon wirklich ein stets aktuelles Thema, aber gerade in den vergangenen Jahren, so dieses No means No ist ja wirklich so ein, wie soll man sagen, so ein, nicht Mantra, aber so ein Ausruf, den... Ein Hashtag. Ja, ich wollte es vermeiden zu sagen, aber ja. Es wird ein bisschen sensibler mit dem Thema umgegangen, als noch in den 80ern, kann man schon sagen, dass sich da ein bisschen was getan hat. Präsenter, zum Glück, ja. Ja. Ich habe den ja vor Ewigkeiten gesehen und damals kannte ich Rashomon noch nicht und jetzt, wo Peter das aber so erzählt, kamen so ein paar Bilder wieder hoch und jetzt fällt mir halt auf, wie sehr das eigentlich auch Rashomon ist. Also mit diesen unterschiedlichen Perspektiven, erst recht mit dem Vorfall selbst und, naja, Last Duel natürlich auch so ein bisschen. Was ich krass finde, ist bei dem Film, weil letztlich ist es irgendwo schon auch Gerichtsdrama, weil sehr viel dann im Gericht stattfindet. Sehr interessant fand ich die Perspektive, dass wir sehr, sehr selten die Geschworenen sehen. Wir sehen in der Regel immer nur die Verteidigung und die Anklage zur Kamera gerichtet, was uns letztlich dann die ganze Zeit zu den Geschworenen in gewisser Form macht. Wir als Zuschauer sind dann hier diejenigen, die quasi urteilen müssen und auch sollen. Und hat natürlich dann auch den ganz klaren Versuch hier unternommen, dich genau dazu zu bringen, das halt dementsprechend zu verurteilen. Fand ich in der Hinsicht auf jeden Fall sehr stark und Jodie Foster ist unfassbar in diesem Film. Das Krasse ist halt, der Tanz von ihr in dieser Bar, der wird nicht so schnell einem aus dem Gedächtnis gehen, sag ich mal. Sehr coole Performance von ihr und sehr starkes Gerichtsdrama, wie ich finde, das hoffentlich dem einen oder anderen damals schon zu denken gegeben hat. Weil ich finde halt so eine Menge, die so in dem Fall besoffene Männer dazu ermutigt, ich sag hier jetzt einfach mal ein Verbrechen zu begehen. Das finde ich in der Regel tatsächlich sogar einen Ticken noch schlimmer als diejenigen, die das Verbrechen begehen. Okay, das finde ich krass, weil ich weiß gar nicht, ob ich es aufwiegen würde, aber es ist interessant, dass da dieser juristische Anteil noch reinkommt. Was reicht, was nicht reicht, was man hätte sagen müssen oder so, weil natürlich so wie wir, also wir sind uns in der Runde hier natürlich alle einig, aber das, was man so als empathischer, weitestgehend liberaler Mensch dazu meint, das ist ja noch lange nicht das, was rechtlich gilt. Das ist ja auch immer echt noch ein Unterschied, was einen ja wirklich auch erschüttern kann. Ich weiß nicht, also wichtig ist wirklich, finde ich, immer zu sehen, dass jeder Mensch eine Entscheidung hat, auch egal, wenn 20.000 Leute sagen, er macht das jetzt oder so, ja geil, super und einen anfeuern, kann man immer noch sagen, no, mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Und klar, auch wenn man besoffen ist, vielleicht schwieriger, aber letztlich wird man bei sowas ja nicht gezwungen, also das hat ja keiner denen jetzt die Knarre an den Kopf gehalten oder so. Deswegen, also man hat immer eine Entscheidung und sich zu nichts drängen lassen, letztlich, ich weiß jetzt nicht in dem Film genau, wie das ist, aber wenn die das wirklich gemacht haben und so, ne, unentschuldbar, so, das geht halt nicht. Ja, klar. Aber das anzufeuern ist natürlich auch nicht geil, ne, natürlich. Ne, die sind also genauso mitschuldig in meinen Augen, dem Moment, wo du das nicht verhinderst. Unterlassene Hilfeleistungen und so, das sind ja auch Sachen, die, ich weiß jetzt nicht, wie es in den USA ist, aber zumindest in Deutschland, glaube ich, gelten. Sie sind festgenommen. Was? Festgenommen? Weswegen? Artikel 2, 20, 3, 7 des Strafgesetzbuches von Latham County. Was? Wir haben doch gar nichts getan. Das entspricht leider der Wahrheit. Das Gesetz verlangt von Ihnen jedem, der in Gefahr ist, zu helfen, soweit das in Ihrer Macht steht. Davon habe ich noch nie gehört. Es ist neu. Das ist das gute Samariter-Gesetz. Ja, ja, das wurde auch, soweit ich das mitbekommen habe, hat sich das in den letzten Jahren auch nochmal eine ganze Ecke verändert, was so Strafmaß in die Richtung angeht. Ich denke auch, wir unterlassen Hilfeleistungen, ja. Wir haben die Gesetze dann ein bisschen verschärft, ja. Ja, ist doch gut so. Ja. Spornt dann ein bisschen mehr zur Zivilcourage an, ne? Das ist, glaube ich, die Intention dahinter. Ja, gerade jetzt mit der iPhone-Generation, die alles mitfilmen, ja, also lieber ein Video drehen für YouTube, anstatt einzugreifen bei so einer Krisensituation oder da mal irgendwie Zivilcourage zu zeigen, da wird nur gefilmt. Handy draufhalten. Schon traurig. Finde ich ganz gut, dass du da die Gesetze musst. Ja, aber hat auch Vorteile, ne? Also, weil du hast da natürlich immer Videomaterial, um was zu belegen, das auch, ja. Ja gut, aber wenn es alle machen, ist es natürlich auch Quatsch, ne? Ja, ja, klar. Aber besser immer noch, als alle stehen nur drumrum und gucken zu. Ja, das stimmt. Ja, aber, ne, es ist ein großes Plädoyer von mir aus letztlich auch an Zivilcourage, beziehungsweise an Menschen halt, weil sich natürlich einer herauskristallisiert, ne, zwei Personen hier herauskristallisieren, die sich halt dann doch positiv verhalten. Und das sind auch, was ich gut finde, Personen aus beiden Geschlechtern, die sich dann eben richtig verhalten und moralisch richtig verhalten und diese Courage dann halt auch zeigen und das dann halt quasi stellvertretend für uns halt tun. Also, nichts tun, rumstehen und glotzen, das ist auf jeden Fall nicht cool. Allerdings viel cooler ist, auf dem Sofa sich hinzusetzen, hinzulegen und da was zu glotzen. Und da frage ich den Lee, was er denn zuletzt geglotzt hat und hier für uns mitgebracht hat. Alter, das sind ja Übergänge, du kannst Gäste ja einen packen, ey. Keine raumische Schule, ja. Ich dachte, ich wäre gut. Das ist nur ihre Meinung. Haben wir die Meister gefunden, ey, geil. Ja, ich habe mir tatsächlich auch Gedanken gemacht und es war ein ganz witziger Weg, wie ich bei diesem Film gelandet bin, weil ich habe in unserem Podcast einen Film besprochen, den wollte ich ursprünglich hier mitbringen und dann dachte ich, das wäre aber wirklich Perlen vor die Säule, weil ihr nicht so Hip-Hop-affin seid wie wir. Und deswegen dachte ich, der wäre bei uns, glaube ich, eine Ecke besser auf. Da kennst du den Manu nicht. Kennst du mich wirklich nicht so gut. Der ist selber Rapper, fetter Rapper. Ah ja? Besonders fett. War ich. Früher war ich ein fetter Rapper mit Betonung auf Rapper und heute... Ja, du kannst aber immer noch gut rappen. Ach ja, geht. Ja, du kannst zumindest gut nachrappen. Ach so, ja, das kann sein, ja. Manu, 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 Manu. Okay, dann frage ich mal in die Runde. Manu, hast du Belly gesehen? Nein. Ich sage ja nicht, dass ich jetzt jeden Hip-Hop- oder Rap-Film gucke, ne? Also das hat das nicht zu bedeuten, ne? Nein, nein, darum ging es auch nicht. Oder was? Der ist ja auch in Hip-Hop-Kreisen, wird der nicht uneingeschränkt gut gefunden, also... Belly sagt mir auch gar nichts. Okay. Also Liegelaut mit einem Hip-Hop-Film, werdet ihr musikalisch nicht so gut aufgehoben, deswegen hat er jetzt Spice World mitgebracht. Den habe ich zumindest schon mal gesehen, ja. Nee, super. Nein, aber der Film, über den ich jetzt spreche, der wird an einer Stelle in Belly kurz geguckt, weil da gibt es am Anfang so eine Heißsequenz und dann kommen die in die Wohnung von dem einen zurück und machen sich da erstmal locker und dann sitzen da ein paar Jungs und gucken einen Film und dieser Film, den habe ich mitgebracht. Der heißt Gammo und ich gehe schwer davon aus, dass ihr den entweder schon gesehen habt oder zumindest wisst, dass es ihn gibt. Ich war nämlich einigermaßen überrascht, dass ihr den hier noch nicht besprochen habt. Den Titel kenne ich, ja. Okay. Gers? Nee. Du auch nicht oder was? Nee. Abgefahren, weil dann komme ich nämlich auch dazu, dass wir neulich eine Episode mit Otto aufgenommen haben und der hat den erwähnt und weil du dann noch so, so wie du reagierst hast, sah das von meiner Seite aus so aus, als hättest du den schon gesehen. Deswegen bin ich da jetzt mal von ausgegangen, aber umso besser. Okay, also ihr habt den alle nicht gesehen? Nö. Ja. Okay. Ja, das ist das Regiedebüt von Harmony Korine. Das ist der Herr, dem wir Spring Breakers und Beach Bum und solche Filme zu verdanken haben. Also durchaus Filme, die so ein bisschen polarisieren. Der hat das Drehbuch zu Ken Park geschrieben, alter Schwede. Der hat vor allem das Drehbuch zu Kids geschrieben. Ach, Kids auch, ja. Ja, da wäre ich noch zugekommen. Entschuldigung. Weil das ist schon so, nee, kein Problem, aber das ist nämlich schon so ein bisschen ein Klüngel, weil da gibt es diverse Überschneidungen. Also ja, mit Larry Clark hatte der auf jeden Fall was zu tun und er hat aber eben 97 seinen Debütfilm gemacht. Daraufhin hat er einige Kurzfilme, Musikvideos und dann eben zwischendurch auch immer wieder mal einen Langfilm gemacht. Darunter eben unter anderem Spring Breakers. Und der kam bei mir eher durchwachsen an. Beach Bum fand ich jetzt auch eher, naja. Ich habe ja da mal eine Lanze gebrochen, ja. Ich bin ja ein Riesenfan von Spring Breakers tatsächlich. Ich finde den super. Ja, eben. Und du bist ein großer Fan von Spring Breakers und deswegen wäre es vielleicht auch mal interessant für dich, diesen Film zu sehen. Aber der ist definitiv anders. Also, ist der wie Kids oder? Nee, deswegen, ich überlege gerade, wie ich das am besten erzähle. Weil wir haben ja keine narrative Handlung. Das sind ziemlich random Szenen aneinandergereiht und im Grunde verfolgen wir mehrere Figuren so in alltäglichen Dingen, die die halt in ihrer Gegend erleben. Die jetzt aus unserer Perspektive nicht so wirklich alltäglich sind, aber für die halt schon sehr. Und das ist hier White Trash, aber so, wie du es echt noch nicht gesehen hast. Also, auf Crack, aber so richtig. Also, wenn Filme stinken könnten, dann wäre das so ein Paradebeispiel. Weil das ist hier so eine hässliche Umgebung. Die Menschen sind alle so hart abgefuckt und das ist alles echt nasty. Und du möchtest dich erst mal waschen nach dem Film. Das ist schon ziemlich abgefahren. Es gibt so ein paar Figuren, die eben immer wieder mal in Szenen zu sehen sind. Aber wie gesagt, es gibt jetzt keine narrative Handlung, die durch den Film führt. Es ist eher so ein Beobachten von verschiedenen Situationen. Solomon und Tamla sind zwei Figuren, die miteinander unterwegs sind. Es sind zwei so Teenager-Jungs und wir befinden uns hier in Sinia, Ohio. Zu Beginn des Films, wie auch dann durchweg durch den Rest des Films, haben wir immer wieder auch mal Szenen, wo du nur eine Off-Stimme hörst. Und das ist dann immer auch einer der Protagonisten, die was über die Situation erzählen, beziehungsweise halt über, wie sie da hingekommen sind. Und deswegen erfahren wir zu Beginn des Films gleich, dass dieser Kleinstadt in Ohio vor ein paar Jahren ein Tornado durchgefegt ist und da halt die halbe Stadt mitgenommen hat. Da sind also sehr viele Menschen gestorben und die Gegend wurde übelst zerstört. Und seitdem ist dabei halt auch nichts passiert. Also da ist immer noch total viel verwüstet und halt alles super dreckig und assi. Und die Menschen haben halt auch super wenig nur zum Leben. Eine eben unserer Hauptfigurin, Solomon, der erzählt dann aus dem Off, dass unter den Toten eben auch sein Vater war. Und dann siehst du halt diese asozialen Abenteuer, die die erleben. Also die beiden Jungs, die machen dann halt alles, was sie da so täglich machen. Schnüffeln halt eine Menge Klebstoff, töten Katzen. Das machen sie echt hoch und runter. Das war für mich auch echt hart so. Also nicht nur, weil ich gerade eine Katze wieder zu Gast habe, sondern weil ich generell halt Tiere echt gerne mag und boah, Alter, das ist hier schon echt hässlich. Hast ja in einer von einer Woche zwei Filme geguckt, wo eine Katze getötet wird. Ja, hier werden mehrere getötet. Also der fängt gleich mal an, einer kommt da so an, hat die so am Nacken gepackt und dann geht es erstmal in eine Wassertonne, wird die erstmal ersoffen. Habt ihr The Innocence gesehen? Nein. Stimmt, der war das. Doch, du hast ihn gesehen, oder? The Innocence? The Innocence lief auf dem Fantasy Filmfest. Du hast ihn gesehen, ich nicht. Ach so, warte mal, welcher war er das? Mit den Kindern. Norwegischer. Mit der Katze. Ach ja, klar, natürlich, der schwedische Film. Schwedische, ja. Ja, das fand ich auch ganz fies da mit den Katze. Oder war der norwegisch? Nee, stimmt, warte mal, der war doch von dem Autor von The Worst Person of the World. Der ist finnisch. Dann ist er nicht skandinavisch, sondern finnisch. Nee, nee, der ist nicht finnisch. Ziemlich sicher nicht, weil ich meine, der Regisseur war der Autor von The Worst Person of the World und von dem wollte ich mir dann auch noch die anderen Filme angucken. Gut möglich. Das ist auch ein sehr norwegisch. Siehst du? Dann doch skandinavisch. Ja, den fand ich super, jenissens. Ja, okay. Mich hat das auch sehr abgefuckt mit der Katze, da muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so, dass es den Film für dich kaputt macht, oder? Ja, eben, das kann ja eher auch was zutragen. Ja, das war halt so eine X-Men-Geschichte. Ich fand die Ansätze gut, aber irgendwie hat er mich ein bisschen genervt und sehr früh verloren, weil ich das... Hat das auch nicht mit der Katzenzähne per se zu tun. Auch, weil ich fand das, ja, das muss man nicht so zeigen. Da hat er eine Grenze überschritten, die dem Film überhaupt nicht zuträglich war. Aber okay, ich wollte nur kurz sagen zu Gamo. Das, was du bisher erzählt hast, erinnert mich trotzdem sehr stark an Kids. So, wie die halt rumlatschen. Ich hab jetzt genau die beiden Assi-Jungs da wieder vor Augen und vor allem in Ohren. Der Teil ist auch vergleichbar, nur bei Kids hast du ja schon ansatzweise zumindest einen roten Faden, der sich durchzieht. Aber ja, also im Grunde sehr ähnlich wie Kids, was das angeht, dass die halt so von einer Situation in die nächste stolpern und du so ein bisschen mitkriegst, wie die halt so leben. Aber ein anderes Level, oder? Also, weil bei Kids hast du ja teilweise, die haben ja noch bei ihren Eltern gewohnt und so, das war ja ... Die leben ja auch bei ihren Eltern, nur halt von einigen ist halt ... Also eben von dem einen, von dem Solomon ist halt der Vater tot, die Mutter gibt's noch. Aber mit Katzen töten und so, also geht schon ein bisschen ... Also geht schon mehr ab als bei Kids oder so. Jetzt vom Niveau. Nee, die sind hier halt ... Das ist hier halt absolutes Hinterland. Das meine ich ja. Bei Kids gehen sie halt in den Liquor-Store und klauen irgendwelche Flaschen. Auch Assi, aber nicht ganz so Assi, würde ich mal sagen. Ja, im Kern ist es natürlich das Gleiche. Die wissen nichts mit sich anzufangen und machen deswegen halt irgendeinen Scheiß. Und dazu gehört dann eben sowas wie Katzen töten, dass ... Damit verdienen die auch so ein bisschen Geld, weil sie dann die toten Katzen auch so einem Typen verkaufen. Was? Mhm. Ja, ja, also wie gesagt, das ist ja alles Hardcore-Asi. Das wird hier immer schlimmer, das Programm. Und dann ... Erst Resozialisierung, dann haben wir Vergewaltigung. Mich wundert so, dass ihr den Film nicht kennt. Und jetzt haben wir Abschaum hoch drei. Ich hätte gedacht, das ist voll eure Baustelle. Also Kids mag ich überhaupt nicht. Kids geht mir tierisch auf den Nerv. Ich weiß, soll der Film auch machen und so. Kids habe ich immer gehasst, auch als Jugendlicher, als ich den gesehen habe. Ich habe den immer gehasst. Ich finde den ganz furchtbar, den Film. Die Sprache ist schlimm. Warum? Aber generell mag ich so Filme, die natürlich so, ne, auch hart und gritty und so ... Wie stehst du denn zu Ken Park? Den habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Mhm. Okay. Weil ich halt Kids so blöde finde, da habe ich gesagt, ne, guck, ich bin doch nicht der nächsten Film von dem an. Und Wasserbrockers und sowas hast du dann auch nicht gesehen. Aber sonstige Filme von dem, okay. Ja, ist natürlich ein spezielles Kino, ne. Der zeigt halt so die sehr dunklen Seiten von Amerika. Und es sind eben auch oft dann einfach irgendwelche Teenager-Gruppen, die nichts mit sich anzufangen wissen. Ich mag das sehen in eher so Arthouse-Dramen. Da finde ich das dann meistens wieder ganz geil. Aber ja, ist schwierig zu beschreiben. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es Gamow ja auch super. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ne, also ich glaube, wenn du Kids nicht geil fandest, dann weiß ich nicht. Also ich hätte mir halt vorstellen können, dass du das hier irgendwie gut findest, weil das ist halt wirklich alles sehr dreckig und hässlich. Also Peter ist ja eher so, ne? Du hast ja immer alle von dem besprochen, meine ich, ne? Ja, genau. Aber ich meine, also ich finde, geil ist auch irgendwie das falsche Wort. Also ich finde das faszinierend. Ich finde das stark inszeniert. Also ich fand, der hat ja auch eine geile Genese, was seine Filme angeht. Ich fand, die sind auch immer stärker geworden, beziehungsweise die sind immer ekelhafter geworden. Also das, was man da sieht, finde ich nicht geil. Besonders wenn wir bei Kids sind, was die Sprache angeht. Wer sich jetzt hier im Moment hier Sonne und Beton, den Trailer anschaut, ne? Weich gewaschen, was der damals in Kids schon gemacht hat. Aber finde ich, nee, sorry. Aber es ist sehr interessant, diese Milieustudien, wie das inszeniert wird. Das ist schon passend. Und ich würde nicht sagen, gefällt mir, aber finde ich faszinierend. Things like. Das geht mir aber sehr ähnlich. Das ist nun wirklich nichts, was schön ist, anzuschauen. Aber auf irgendeine Weise ist es faszinierend, weil er halt so ein Teil von einem sehr echten Leben, was aber halt trotzdem wahnsinnig weit weg ist von uns, so zeigt. Ja, zum Glück. Ja. Kein Date-Movie. Also was für die Jungs, eben zum einen verfolgen wir diese Jungs, dann gibt es noch drei Schwestern, die wir auch so ein bisschen beobachten. Die sind dann erstmal alle irgendwie, also zwei von den dreien, die eine ist zehn und die anderen sind so Teenager und die andere ist Chloe Sivini. Na, da war ja noch eine Parallele. Ja, ja. Deswegen meinte ich ja, es gibt hier so ein paar Überschneidungen. Und die wollen Stripper werden und deswegen geht es dann erstmal darum, wie sie jetzt, was sie mit ihren Brüsten machen können, damit die so ein bisschen besser sind. Dann kleben sie sich da so Tape drauf und ziehen es dann wieder ab. Und ja, coachen sich da halt gegenseitig so ein bisschen und dann erleben wir eben auch noch, was die so machen, weil die haben ja auch eine Katze, die sie dann vermissen. Könnte man eben auch Überschneidungen der Stränge vermuten. Aber im Grunde geht es einfach darum, halt dieses ganze Asi-Leben in dieser Kleinstadt zu zeigen. You came out of my womb and I'll stick you right back in my womb. If you don't smile, I'm going to kill you. Und da sind halt zum Teil wirklich sehr schräge Charaktere dabei. Also diese beiden Jungs, die sind eh schon hammerschräg. Der kleinere von den beiden, das ist auch der Typ, den wir auf dem Cover sehen von dem Film. Und dann sind die, Alter, die machen dann noch Sachen. Wir fahren dann auch so mit ihren Fahrrädern durch die Gegend und dann besuchen sie einen, so einen Typen. Der hat eine psychisch kranke Frau, die er halt einfach mal auspimpt. So kommen halt die Jungs vorbei, diese kleinen Teenager und wollen halt Sex haben. Und dann sagt er, alles klar, seid ihr ready? So, ja, sie ist jetzt auch ready. Dann geht er noch kurz zu ihr vorher ins Zimmer und sagt, nee, zieh dir mal jetzt hier das Ding über. Ja, alles klar. Und dann gehen die nacheinander rein. Er guckt oben noch so ein bisschen durchs Fenster, galt sich daran auf, wie die Typen gerade seine Schwester bumsen. Und danach siehst du auch sie so im Gespräch und die ist halt einfach psychisch krank. Und deswegen, also hier geht es dann auch an solche Szenen. Im Offtext hören wir dann auch von so einer, geht es auch um sexuellen Missbrauch von so einem Vater mit seiner sehr jungen Tochter. Und deswegen werden hier auch solche Themen irgendwo thematisiert. Und deswegen, die Jungs nicht schnüffeln permanent Klebstoff. Deswegen ist es natürlich auch so Drogenmissbrauch und so ein Kram hier Thema. Und eben dann natürlich der Missbrauch auch an Tieren und all das. Das ist alles schon ziemlich, ziemlich nasty. Dann gibt es einen, so einen kleinwüchsigen Alter, die sind halt auch permanent einfach am Abhängen und dann wird eben gesoffen oder sonst was an Drogen konsumiert. Alles aber halt auf dem billigsten Niveau. Und dann gammeln die da auf so einer Couch ab und dann ist da so ein schwarzer, kleinwüchsiger Mensch, der von so einem Typen zugelabert wird, der mörderbesoffen ist und offensichtlich schwul und von seinem Vater irgendwie verdrängt und und und. Der den dann so anmacht und der will aber nicht so richtig und dann erzählt er ihm seine Lebensgeschichte. Und da lese ich in den Trivia-Effekts, dass das der Regisseur ist. Der kleinwüchsige oder der? Nein, nein, der, der ihn zugelabert. Der ist Jahrgang 73, das heißt, er war halt irgendwie, wie viel, 24 zum Dreh? 23. Und er ist es halt in dieser Szene und ich meine, macht er gut, aber steht halt auch in Trivia-Effekts, dass der Mörder besoffen war während der Szene. Okay. Und deswegen, also spielt er das Besoffene natürlich nicht wirklich, aber trotzdem auch das wieder so eine super unangenehme Szene. Und das ist alles halt irgendwie so hässlich. Hat das so ein bisschen was Dokumentarisches, dadurch, dass es so ein bisschen billow ist und rough und keine richtige Handlung hat? Naja, dadurch, dass du zwischendurch auch immer dann wieder zum Teil noch so Mini-DV-Aufnahmen hast und ja, kriegt das auf jeden Fall so ein bisschen dokumentarischen Charakter, auch mit diesen Off-Erzählungen und so. Und vor allen Dingen dadurch, dass du halt zu keinem Zeitpunkt darauf hingestoßen bist, dass es hier eine narrative Erzählweise gibt oder einen roten Faden oder irgendwas, worauf das hinausläuft. Das ist, glaube ich, da möchte ich auch fair sein, das ist, glaube ich, das, was mich damals auch so gestört hat, ist, dass ich den Eindruck hatte, dass es so ein Mittel zum Zweck ist. Es gibt keine Konsequenz, es gibt kein Ziel, keine Ahnung, kein irgendwas, es wird einfach so gezeigt. Da hatte ich den Eindruck, dass es ausgeschlachtet wird. Und das mag gar nicht der Fall sein, das war damals nur mein Eindruck und deswegen habe ich da viele Filme in die Richtung vermieden, obwohl ich das generell überhaupt nicht schlimm finde, sondern eher begrüße, genau wie du getippt hast, dass ich solche Filme, die dann eben so ekelhafte, fiese Milieustudien sind, aber ich mag das, wenn die entweder so ein bisschen so künstlerisch sind oder so komplett durchgeknallt, so wie X-Drummer zum Beispiel. Der ist geil. Das ist auch mit Erwachsenen halt, das bewegt sich auf einem anderen Level, aber muss ja auch fair sein, habe ich auch lange nicht mehr gesehen hier Kids und so und es kann auch sein, dass ich das aus heutiger Sicht anders bewerte, das kann sein. Ja, aber ich kann das gut verstehen, weil es erzeugt natürlich auch eine wahnsinnig unangenehme Stimmung und gerade, also bei Kids gibt es einige Szenen, wo du eigentlich lieber weggucken würdest, weil es so unangenehm ist, was da gerade passiert. Es war auch, du hast es vorhin schon auch schon gesagt, es war so weit weg von unserer Realität, ich habe natürlich, also ich habe den als Jugendlicher gesehen, halt als, ne, aus hier unterer Mittelstand, Westeuropa oder Mittelwesteuropa und so und habe halt gedacht, das ist halt vollkommen übertrieben, weil ich das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte und natürlich auch gesagt habe, die sind mir allein schon mit ihrem Gelaber so auf den Keks gegangen. Ja, lass mal ficken gehen, hä, Dicken, zack und so, ja, ich war einfach nur genervt, aber das heißt ja nicht, dass nicht woanders die Realität so oder noch krasser ist, ne, aber das habe ich damals einfach anders wahrgenommen, konnte ich ja nicht nachvollziehen. Ja, aber man merkt, finde ich, sowohl bei Kids als auch bei diesem Film, dass sowas natürlich mit persönlichen Erfahrungen gespickt ist und das Problem ist dann, glaube ich, auch, dass das manchmal forciert wird, weil das Gerüst wahrscheinlich war, dass er diese einzelnen Situationen hat und die irgendwie miteinander verknüpfen muss und das war hier halt auch so. Der hatte so ein Sammelsurium an einzelnen Szenen und deswegen wurde das auch so ein Ding, was halt jetzt keine durchgehende Handlung hat, sondern eben so eine Aneinanderreihung von Szenen im Grunde. Aber viele der Figuren sind halt, also er ist selber Nashville aufgewachsen und hier spielen auch viele Leute mit, die aus seinem tatsächlichen persönlichen Umfeld sind. Also hier der Kleinwüchsige ist ein Freund von ihm, mit dem er zur Highschool gegangen ist und dann hast du hier noch zwei so Skinhead-Brüder, die kennt er halt auch von früher. Er hat sowieso sich hier den kompletten Cast mehr oder weniger an der Location zusammengesucht. Er hat dann Leute an Tankstellen angequatscht und Bowling-Alleys und so. Das finde ich ja generell auch ganz cool, mit Leihendarstellern zu arbeiten. Das macht auch hier der Sean Baker, macht das ja auch gerne. Und Peter, wie heißt noch mal der Film von und mit Viggo Mortensen, den wir letztens besprochen hatten? Falling? Genau, Falling. Ach, diese Vater-Sohn-Geschichte. Genau, das ist ja auch irgendwie beruht auf privaten Erfahrungen hin und her und dann stelle ich mir aber am Ende die Frage, schön und gut, dass das alles passiert ist oder auch genau so passiert ist, aber funktioniert es als Film. Das ist dann manchmal für mich das, woran es scheitern könnte. Und das ist hier genau das. Es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, viel mehr Milieu-Studie als Film. Aber als solche echt krass, weil hier manche Szenen wirklich hässlich sind. Und die Mutter und das ist tatsächlich, darüber sind wir drauf gekommen bei diesem Film, weil die Mutter wird von Linda Manz gespielt. Das war ihr vorletzter Credit. Danach kam noch hier The Game. Okay, der Zusammenhang war das, okay. Ja, darüber ist er auf diesen Film gekommen. Leigh, hast du Brad Easton Ellis gelesen oder ein paar Sachen von ihm? Ja, ich habe zwei Bücher nur von ihm gelesen. Glamorama und halt American Psycho. Okay, American Psycho passt in dem Kontext nicht ganz so. Weil zum Beispiel, also Brad Easton Ellis hat das gerade in seinen früheren Büchern, also so Less Than Zero und so, beschreibt er ja auch immer so diesen Schnösel, diese High Society, diese Schnöselgesellschaft, aus der er ja stammt. Aber bei ihm habe ich immer den Eindruck, dass er das auch entlarven will, dass er das so darstellt, sodass man sich denkt, ey, was sind das für prätentiöse Vollidioten. Aber da passt American Psycho und Glamorama doch auch perfekt mit rein. Ja, ja, genau. Aber das, jetzt wollte er so auf eine Parallele mitbringen mit dem Gamow, dass das irgendwie, also dass das mit Jugendlichen passt und so. Und bei ihm habe ich nie so das Gefühl, dass das so exploitativ ist, dass er das so mittel zum Zweck macht, sondern immer so dieses, guck ich mal an, was das für arme Würstchen sind. Das hatte ich jetzt bei so anderen Filmen nicht der Fall. Passt das zu Gamow oder ist es dann doch nicht so? Also wirklich sowas Verurteilendes, finde ich, hat das nicht. Aber es ist natürlich irgendwo schon gezielt so aufgezogen. Also du hast halt auch auffällig unattraktive Menschen hier und so das ganze Setting ist halt einfach alles hart assi. Da haben wir noch hier ein passendes Projekt hier für diese Konstellation. Aber wenn es halt sein Umfeld so war, dann ist es, ich weiß nicht, es ist eine Gratwanderung. Einerseits als das wahrzunehmen, was er halt von sich irgendwie zeigen wollte. Und andererseits auch sowas Reißerisches, weil guck dir mal die Hackfressen an, so in dem Style. Aber es sind halt schon harte Hillbillies, die wie hier gezeigt werden. Und der Look ist auch speziell, was ich da interessant finde, auch hier wieder D.O.P., war Jean-Yves Escoffier. Das ist ein relativ renommierter Typ, weil der hat sowas wie die Liebenden von Pont d'Euve und so gemacht. Und Good Will Hunting hat der gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe das schon mal, den Namen habe ich schon mal gelesen. 15 Minutes, das Hurt-Video von Johnny Cash ist von dem. Also der hat echt ein paar geile Sachen gemacht. The Crow ist, glaube ich, schon auch sehr wichtig, wenn es um Bildsprache geht. Und der wollte, aus welchem Grund auch immer, das konnte ich nämlich nicht rausfinden, der wollte mit ihm zusammenarbeiten und hat deswegen auf einen Großteil seiner normalen Gage verzichtet. Ich verstehe das nicht, wie der an den reingekommen ist, weil, ich meine, das war hier sein Debüt. Hat er Bücher geschrieben vielleicht davor? Nee, also eben, mein Kitz war davor, das hat er ja geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob der darüber auf ihn aufmerksam geworden ist. Na gut, das Buch von Kitz hat vor der Verfilmung auch noch ein bisschen für Furore gesorgt. Insofern könnte die Brücke sein, ja. Ja, wie auch immer. Freim ist auf, ich beschäftige mich später damit. Also sehr interessant an dem Film halt wirklich, du hast hier ganze fünf Schauspieler, die auch in diesem Job arbeiten und der Rest sind halt Laien und irgendwelche Leute, die er sich vor Ort zusammengesucht hat. Quasi echte Menschen, die halt auch so leben. Und halt, paar Situationen hier, denkst du echt, was zur Hölle geht ab. Spannend finde ich auch, Chloe Sivini hat hier nicht nur mitgespielt, sondern er war gleichzeitig auch Kostümbildner für den Film. Okay. Hast du Red Rocket gesehen, Lee? Ja. Ja, erinnert mich auch so ein bisschen daran. Aber den finde ich zum Beispiel geil. Geht in die Richtung, ist aber nicht mal halb so assi, wie, also was so die Leute angeht, wie das hier. Also, wie findest du das denn? Es ist wirklich durchwachsen. Also ich finde es auf eine Art genial, aber eben als Film selber halt nicht wirklich gut. Finde ich froh, dass ich hier keine Punkte raten muss. Ich wüsste jetzt auch überhaupt nicht, was ist das? Also sechseinhalb von zehn. Siehst du, so in der Richtung wäre ich auch. Sechseinhalb, vielleicht sogar eine sieben, weil er eben auf seine Art was irgendwie dann doch sehr richtig macht. Aber als Film kannst du das halt nicht guten Gewissens empfehlen, weißt du? Weil es wirklich nur eine Aneinanderreihung von Szenen ist. Aber gerade als Milieustudio, Alter, musst du auf jeden Fall mal reingucken, ey. Das ist so schräg, Mann. Und das ist halt nochmal so krass schräg, weißt du? Weil in Belly, Alter, der so maßlos überstilisiert ist, was das Audiovisuelle angeht. Und dann gucken die diesen Film, Alter. Wie konnt ihr denn auf den Film? Der ist ja noch relativ frisch dann, wo Belly rauskommt. Ja, ja, total. Hat dann Linda Manz so schauspielerisch hervorgestochen, oder? Also die macht ihren Job super. Okay. Spielt eben halt die Mutter von diesem Solomon an. Der wird dann ab einem gewissen Zeitpunkt, badet die den. Oder er sitzt halt in der Badewanne, macht so sein Ding im super dreckigen Badewasser. Das ist halt auch schon so hässlich, Alter. Das Ding ist einfach braunes Wasser. Und er sitzt da drin und macht sein Ding. Und dann kommt sie an und stellt ihm einen Teller Spaghetti vor. Und dann isst er beim Baden ganz hässliche Spaghetti. So völlig lieblos mit so ein bisschen Soße oder Ketchup rübergeklatscht. Frauentausche, oder was? Isst er die Soße? Er isst er die Spaghetti. Und sie meint so, ja, gib mir mal eine Shampooflasche rüber. Und dann macht sie parallel, wäscht sie ihm die Haare. Und er halt nur mit dem Kopf in den Spaghetti und sie an den Haaren. Und das in diesem siffigen Badewasser. Ey, jetzt gibt sie das. Parallel klingelt es an der Tür, geht sie an die Tür. Sind da zwei kleine Jungs, die Schokoriegel verkaufen für irgendeinen wohltätigen Zweck. Kauft sie den einen für einen Dollar ab. Kommt mit dem wieder ins Badezimmer. Und man sagt, hier, Nachtisch. Gibt ihm den. Der Kleine, noch mitten bei den Spaghetti am Essen. Packt währenddessen diesen Schokoriegel aus. Lässt ihn erstmal ins Badewasser fallen. Fischt ihn wieder raus. Beißt erstmal fett von diesem Schokoriegel ab. Und ist dann am Kauen, wie gesagt, weiter am Haare waschen. Und dann isst er im Wechsel Schokoriegel, der im Badewasser getränkt wurde. Und seine Spaghetti. Das ist alles so hässlich, Alter. Du guckst jetzt so, denkst du so, Alter, nein. Hilfe. Gott. Na, lecker. Ghetto-Wellness. Geil. Ich hab neulich nämlich bei uns über einen Film geredet von Dennis Hopper. Der hat ja eine ganz lange Regiepause in den 70ern gehabt nach seinen zwei Filmen. Und dann hat er 1980 wegen so Querelen. Und weil der Regisseur und Drehbuchautor ausgestiegen ist, hat er dann diesen Film übernommen. Out of the Blue hieß der. Und da hat Dennis Hopper halt so einen Assi-Vater gespielt, der aus dem Knast kommt. Und seine Tochter ist diese Linda Mance. Die ist halt mittlerweile verstorben und die hat zehn Credits irgendwie gehabt. In diesem Zusammenhang haben wir halt über ihre letzten beiden Filme geredet. Der letzte Film von ihr war The Game als Roommate von irgendjemandem. Von Fincher, keine Ahnung. Und da fand ich die richtig gut. Also die war da 13 oder so, als sie die Tochter von Dennis Hopper gespielt hat. Und die war mega. Also die war richtig gut. Die spielt da so ein Punk-Mädchen, die ja die ganze Zeit irgendwie Sexpistols hört und sich von allen verlassen fühlt, weil so Johnny Rotten gestorben ist und weil Sid Vicious gestorben ist und Elvis gestorben ist. Und Elvis ist ja auch so ein Punk. Und deswegen. Elvis hat den Schwarzen mit Musik geklaut. Ja, ja. Und das war schon ein interessanter Film. Also die fand ich gut. Sollt ihr euch angucken. Ist nicht besonders bekannt, aber war ein geiles Ding. Und da fiel halt Linda Mance mir extrem auf. Out of the Blue. Ja, und die ist ja relativ früh auch gestorben. Und deswegen kommt die nur auf, ich glaube, 15, nee, 12 Credits. Aber allgemein auch wenig gemacht, also in der Zeit. Okay, also wir hatten jetzt schon weirde Figuren, die so ein bisschen durchgeknallt waren im ersten Film. Wir hatten Vergewaltigung. Dann hatten wir jetzt hier so, ja, Jugendliche, so ein bisschen Gang, dies, das, jenes. Tote Katzen. Jede Menge tote Katzen, ja. Ja, Vergewaltigung. Kannst du das überbieten? Ich habe einen Film, wo das alles in irgendeiner Form dabei ist. Oh, yay. Außer die toten Katzen. Und dann, der Peter ist ja so ein großer Walter-Hill-Fan seit neuestem. Er hat diesen Regisseur entdeckt. Deswegen habe ich einen Film mitgebracht von Mr. Hill und zwar von Jack Hill. Jack Hill kennt ihr alle als Regisseur von Spider-Baby oder Regisseur von Coffee oder Foxy Brown. Und ich habe jetzt einen Grindhouse-Klassiker mitgebracht. Und das ist The Switchblade Sisters. Ach, geil. Mensch. Den halte ich jetzt gerade in die Kamera. Den sieht man aber nicht, weil der so blendet. Black-Sploitation. Nein, nein, nein. Ist da nicht in die Richtung, nee, nicht einer von denen? Nee, nee. Es ist kein Black-Sploitation-Film. Es ist wirklich so ein Grindhouse-Film. Wenn man den gesehen hat, dann versteht man natürlich auch mal wieder so diese ganzen, also Tarantino hat den bestimmt mehr als einmal gesehen. Da sind viele Sachen drin. Wie gesagt, von Jack Hill. Es ist ein feministischer Film auch. Wir hatten ja vorhin auch Feminismus drin. Hier geht es um eine Sache, die in den 70ern anscheinend in den USA ganz elementar wichtig war und wirklich groß war. Und das sind Gangs. Also in den USA musste, glaube ich, in den 70ern jeder in einer Gang sein. Wir hatten ja letztens auch über The Warriors gesprochen. Und dieser Film ist aus einem, wie mir jetzt klar geworden ist, wirklich sehr, sehr wichtigen Kinofilm ja anscheinend. Oder überhaupt Filmjahr aus dem Jahr 1975. Da haben wir jetzt schon, ich habe letztens empfohlen hier, Welcome Home Brother Charles ist aus dem Jahr. Dolomite ist aus dem Jahr. Der Weiße Hai ist aus dem Jahr. 70er sowieso natürlich. Bei uns allen, glaube ich, recht beliebt. Also hier in dieser Runde. Und dieser Film befasst sich eben mit so einer Mädchengang. Das sind die The Dagger Dabs, angeführt von der Lace. Die wird von Robbie Lee gespielt. Und dann kommt die Maggie, kommt neu in die Stadt. Und in so einem Diner wird die halt direkt erstmal so angemacht, weil die ist eigentlich eher so ein hübsches Mädchen, was da sitzt. Und die denken, die können die abziehen. Aber die hat es ganz schön drauf. Und die wehrt sich auch direkt. Nimmt der Lace da das Messer weg. Und ja, macht so einen krassen Eindruck auf die restlichen der Gang, dass sie sagen, okay, willst du dabei sein? Hast du Bock? Und die so, ja, okay, warum nicht? Hatte sonst nichts zu tun? Weil in der Schule tanzen natürlich auch den Lehrern so auf der Nase rum. Lassen sich nichts sagen. Übernehmen da den Unterricht, etc. Und es gibt von diesem Mädchen-Gang, also da sind auch irgendwie, das habe ich nicht ganz verstanden, wie die mit den Typen zusammenarbeiten. Also die haben auch Partner. Und die Jungs machen auch Gang. Aber diese Mädchen sind manchmal so alleine als Gang unterwegs. Ich weiß nicht genau, wie die Strukturen da sind. Wir haben ja auch nicht sieben Staffeln Zeit wie bei Sons of Anarchy oder so, sondern einfach knackige 90 Minuten. Und da muss das erzählt werden. Und da ist natürlich hier alles drin. Weil die werden am Anfang natürlich auch festgenommen, weil die sich ja da in dem Diner kloppen und so. Und dann kommen die kurz in so ein, es ist kein Gefängnis, aber weiß nicht, so ein Frauenjail oder so. Oder irgendwie eine, da sind die auch nur kurzzeitig drin. Also wir haben so ein bisschen Frauenknast. Da gibt es natürlich auch Catfights. Wir sehen da Brüste. Ist ja vollkommen klar, wenn die sich da in die Wäsche gehen und so. Dann wird sich da gekloppt. Dann gibt es Messersteche rein. Es gibt Schießereien. Gegen Ende sogar. Da kommen nämlich noch eine Gang von schwarzen Frauen hinzu. Und dann gibt es eine richtige Straßenschlacht. Und dann eskaliert es auch so ein bisschen. Das hat mich dann wirklich teilweise an Walter Hill erinnert. Dann wird es doch sehr actionreich. Ja, die Handlung besteht darin, dass die Maggie in dieser Mädels-Gang dann aufsteigt. Dass sie sehr beliebt wird. Und der Lace das natürlich gar nicht passt. Weil vor allem die Maggie mit ihrem Freund, der der Anführer der gesamten Gang ist, irgendwie anbundelt. Also anbundeln heißt, der Typ findet die geil und vergewaltigt sie im Prinzip. Und die Maggie findet das aber im Nachhinein gar nicht so schlimm. Der kommt halt da hin, sagt so, ey, hier, komm, du willst auch, dies, das. Macht da zwei Minuten fertig. Und danach sagt die so, also die waren nicht wirklich sauer auf den. Das ist auch kein Rape-and-Revenge-Film. Das ist ein ganz abgefucktes Milieu, in dem die abhängen. In dem halt ganz eigene Regeln herrschen. Und in dem sowas anscheinend zur Tagesordnung gehört. Oder zur Auseinandersetzung. Das war ein bisschen verstörend. Also vollkommen verständlich wahrscheinlich. Auf jeden Fall verknallt er sich dann ein bisschen in sie. Und das gefällt natürlich der Lace nicht. Und es läuft natürlich auf diesen ganz großen Konflikt Lace gegen Maggie hinaus. Weil die Maggie sich dann durch ein Aufnahme, das ist kein Ritual, aber so eine Prüfung. Also sagt dann jemand hier, klau mal von dem und dem den Orden, den er da hat. Und das macht sie auch, indem sie dann vornehmlich ihre weiblichen Reize ausspielt und ihn dann halt verarscht und schafft das. Und ist dann halt in der Gang aufgenommen und steigt dann da auf. Und das ist dieser Konflikt. Also es ist ein sehr cooler Exploitation-Grindhouse-Film mit allem, was man sehen möchte. Also der hat die Schauwerte, hat coole Dialoge, hat einen sehr, sehr kruden Humor. Also er ist teilweise auch echt lustig. Obwohl natürlich die Konflikte da ernst und auch blutig sind. Aber wenn die da in der Schule sind, ist es auch immer lustig. Die Sprüche, die sie sich gegenseitig um die Ohren hauen. Aber wie gesagt, also Tarantino gefällt das. Wasn't that film great? Didn't I tell you? Didn't I tell you that film was great? I didn't lie to you, did I? Das ist ein Film, der viel von ihm inspiriert hat. Und ich muss sagen, mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Also die Outfits sind natürlich auch cool. Lederjacken, Jeansjacken. Und es ist halt so, ne? Mitte 70er, Gang-Style. Cool. Hätte auch von Walter Hill sein können, ehrlich gesagt. Also wirklich, The Warriors kam, der kam später, ne? Was? 77, 79? Ich glaube, der war 78 oder so. Ja, ein paar Jahre später. Deswegen, das passte alles super in die Zeit. Also für Freunde des 70er-Jahres Grindhouse-Kinos, die kennen den Film wahrscheinlich eh. Ich habe eine sehr coole Edition von Arrow Video mir im Sale vor ein paar Monaten geholt. Und kam endlich dazu, sie mal zu gucken. Wie immer ein Wechselcover dabei. Das haben ja ein paar Leute mal gefragt, dass wir, wenn wir coole Editionen haben, die vielleicht auch mal ein bisschen besprechen. Da ist das Original-Kinoplakat drauf, das mir natürlich ein bisschen besser gefällt. Das ist das weiße Poster mit dem gezeichneten. Und das neue Cover, das es exklusiv für Arrow gibt, das ist halt so in grün, lila und weiße Schrift. Das ist natürlich eine geile Farbenkombination, das aber irgendwie den Film nicht so richtig widerspiegelt. Das hat er bei Arrow aus meiner Sicht generell sehr häufig. Die zeichnen neue Cover, die sehen cool aus, aber meines Erachtens spiegeln die nicht mehr so den Zeitgeist oder den Stil des Films wieder. Es sind ein paar Extras drauf, wie Interviews mit Jack Hill und auch den Darstellerinnen. Und ich habe es gerade nicht gegendert. Das sind Darstellerinnen übrigens, bevor sich wieder jemand aufregt. Stimmt, da ist ja einer abgehauen. Ja, da hat einer uns nicht mehr abonniert, weil wir einmal gegendert haben. Ja, ganz ehrlich, das interessiert keine Sau. Fickt euch einfach, verpisst euch. Ach, der hat euch deabonniert, weil ihr gegendert habt? Ja, ja, genau. Einmal, weil wir einmal gegendert haben. Ist auch scheißegal. Ist ein Booklet dabei mit einem Interview mit Jack Hill. Und das hatte ich ganz vergessen, zu den coolen Outfits gehört unter anderem auch die Patch, heißt sie passenderweise, denn sie trägt ein Eyepatch, also wie man auf Deutsch sagt, Augenklappe. Und die ist so ein bisschen silbrig-schimmerig und darauf ist ein Schmetterling abgebildet. Mensch. Total cooler Style irgendwie. Badass. Jack Hill hat im Interview einfach nur gesagt, ja, ich hatte einfach diese Vision, dass das so aussehen musste. Keine Ahnung, woher es kam. Und dann habe ich das der Kostümbilderin gesagt und die fand das total geil und hat das gemacht. Na gut, Frauen mit Augenklappe in Filmen. Das ist ja immer recht ikonisch, ja. Hat schon mal funktioniert, ja. Ja. Sag mal, sind da irgendwelche Extras drauf? Ich brauche mehr Details. Ja, ja, sagt sich ja, Interviews. Es sind Audiokommentare drauf mit Filmkritiker und Filmwissenschaftler, also Filmhistoriker sozusagen. Dann Dokumentation ist drin mit Jack Hill, mit dem Produzenten und so weiter. Mehrere Interviews und so Behind-the-Scenes-Zeug. Wie bei Arrow üblich immer noch extra gedönst drauf. Erste Szene ist übrigens schon geil. Da ist halt so ein, also Direktaussage ist halt so ein Juppie halt, so ein Anzug, ein schwitziger, dicker, weißer Mann im Anzug, geht in, also gut betucht anscheinend, in einen Aufzug. Und dann kommen halt die Mädchengang rein und die ziehen den natürlich komplett ab. Also auch wieder der Kommentar so gegen dieses Corporate, wir lehnen uns auf und so weiter. Ja, das sind die wahren feministischen Filme. Das war eine Zeit, in der noch Filme gemacht wurde, wenn man so einen alten weißen Mannspruch raushauen darf, in der noch geile Musik gemacht wurde, weil die Filmmusik hier ist auch richtig geil, sehr funky. Also klar, der Typ hat Coffee und Foxy Brown gemacht. Mehr funky als bei unserem nächsten Film? Ja, cooler funky. Was? Ey! Also ja, die haben natürlich nicht so einen ikonischen Sänger wie ein Lied, was über den Credits läuft beim nächsten Film. Der war stark. Aber ja, also ein funky Film, der wirklich feministisch ist und nicht das, was heutzutage so als Feminismus verkauft wird. Klingt gut. 9 von 10. Weiß nicht, wie reiht sich denn diese Vergewaltigungsszene in diesem feministischen Kanon ein? Ja, die passiert. Und sie findet den Typ ja toll. Ich sage ja nicht, dass da alles feministisch ist in dem Film. Ich sage ja, das kam so ein bisschen aus dem Off. Und ich habe auch gedacht, jetzt wird es ein Rape-and-Revenge-Film. Nö. Die fand es nicht so ungeil. Ging schon klar für sie. Okay. Ja, klingt interessant. Top Film. Klingt gut. Kann man sich vormerken. Du hast ja von dem schon gehört, oder? Ja. Da habe ich deine Reaktion entnommen. Ja, ich frage mich gerade nur, wie die Switchblades da auch tatsächlich zum Einsatz kommen. Also ist das, was blutig ist, hat das immer mit den Messern zu tun? Wie gesagt, es gibt auch Schießereien. In so einer Rollschuhhalle. Natürlich, Rollschuhhalle, ist ja klar. Die 70s. Und dann später auf der Straße. Da gibt es so eine richtige Straßenschlacht. Da kommen auch dann gepanzerte Autos vorbei. Und da kommen auch Maschinengewehre zum Einsatz. Also es gibt ein paar Shootouts, die sind auch ordentlich. Also mit so Bloodscrips. Und ja, also die Messer. Das ist jetzt kein Splatterfilm oder so. Aber ja, da wird auch schon mal mit der Switchblade eingestochen. Gab ein paar Messerschießereien. In die Uschi. Genau, ja. Da lacht er, Peter. Das tut es. Ich habe mir gerade vorgestellt, weil Lia gesagt hat, so ob das Switchblade sofort. Und dann hast du halt gesagt, so ja, da gibt es eine Riesenschießerei. Und dann kommen die mit ihren Maschinengewehren. Und da dachte ich so, okay, das wären vielleicht so Maschinengewehren mit so einem Bayonett dran, weißt du? Wie früher an den Gewehren so eine Klinge dran war, haben sie das vielleicht so an ihrem Geh reingebaut. So das wäre schon irgendwie... Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe, Tarantino hört nicht mit. Ich hoffe, die Credits gehen dann an mich, wenn er das dann übernimmt für seinen nächsten Film. Wäre bestimmt ikonisch. Quentin Tarantino ist ja ein Patron von uns. Und der hat sich den nächsten Film gewünscht. Nicht ganz. Nee, ich kann es gar nicht so gut. Das wäre schon wieder cool, oder? Das wäre sehr cool. Das wäre genauso cool, wenn ihr den Hauptdarsteller als Patron hättet. Definitiv. Lebt er noch? Ja, ne? Ja! Weiß ich doch nicht. Der tritt noch auf. Ja, echt? Tatsächlich. Hat der ja auch nicht so ein paar fragwürdige Auftritte hingelegt? Das war ne, ne. Achso. Und die dann nur. Apropos, also Tarantino und fragwürdige Auftritte. Nee, hab ich das mal vor... Hab ich das vor Mikro schon mal erzählt? Tarantino besitzt die Plüsch-Edition von Operation Dance Sensation. Echt? Ja. Okay. Weil der Tilo hatte halt einen Kumpel, der mitgespielt hat bei Inglourious Bastards. Ach, der hat ihm die geschenkt, wa? Ja, das ist ein Musiker einer großen deutschen Band. Da weiß eigentlich jeder, wer gemeint ist. Ja, ja, ich weiß, wer gemeint ist. Und der hat Tarantino dann beim Essen in Berlin, als sie da gedreht haben, hat er ihm diese Edition geschenkt. Ich würde bis heute gerne wissen, ob Tarantino sich den Film angeguckt hat und was er davon hält. Gute Frage. Ja, aber wir sprechen gar nicht über Operation Dance Sensation. Leider, das ist ein toller Film. Wir sprechen jetzt einen Film, hat sich der Jörgi den gewünscht, Peter? Korrekt. Dann hau mal rein, Peter. Der Wunsch ging ja ganz klar an dich. Der Wunsch ging an uns, aber der Jörg hat auf jeden Fall hiermit ganz großem Geschmack beweisen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch mit dir oder mit euch über diesen Film sprechen müsste. Warum? Was hier im Vorfeld schon an negativen Vibes hier rübergekommen ist. Moment, wir haben die Musik gelobt. Ich möchte mich diskutieren von diesen negativen Vibes. Ich bin voll in deiner Mannschaft drin und habe beide Nonstop-Nonsense-Boxen bei mir zu Hause im Regal zu stehen. Das wundert mich, das verstehe ich sehr gut. Das ist ganz normal. Inklusive einiger Filme von dem Herrn. Insofern, ich war sehr angetan von diesem Pick. Auf jeden? Lee auch, also. Ich habe den tätowiert. Das Konterpfeil von ihm habe ich tätowiert auf dem Schulterblatt. Schön. Peter? Ich habe dich schon mal nackt gesehen. Okay. Wir brauchen nicht mehr Details. Doch. Ich würde gerne wissen, was da abging. In dem Heim. In der Dusche. Gemeinschaftsduschen. Das ist klar. Ich habe dich schon mal nackt gesehen. Das habe ich noch nie zu Lee gesagt. Ja, wahrscheinlich, weil es nicht stimmt. Ja, eben. Ich habe ja auch kein Didi-Tattoo. Das hätte mich aber sehr überrascht, wenn du das jetzt so einfach raushauen würdest. Mich auch, ja. Noch nicht mal ich habe ein Didi-Tattoo. Aber Didi hat er vorne als Didi immer einen Lacher wert. Und er schafft es tatsächlich immer, mein Herz zu erwärmen. Mit seinen blöden Didi-Figuren auf jeden Fall immer. Den Titel haben wir noch gar nicht genannt, oder? Aber durch den einen oder anderen Satz, ich brauche mehr Details, das wird, glaube ich, auch noch ein paar Mal fallen, ist klar, es geht um Didi der Doppelgänger. Ja. Und das ist neben Rache der Enterbten, würde ich sagen, oder mit Rache der Enterbten, der bekannteste und, ich glaube, auch der erfolgreichste seiner Didi-Filme. Ja, Handlung ist relativ easy. Der Doppelgänger sagt ja schon, Didi gibt es hier zweimal. Wobei, Didi ist halt eigentlich auch Quatsch. Der heißt hier Bruno, beziehungsweise Hans. Bruno Koop und Hans Immer. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also zumindest in ihrem Wesen, weil sie sich halt schon ziemlich ähnlich sehen. Wird jeweils von Didi da vorne gespielt. Von daher ganz logisch. Aber Bruno Koop ist ein Knallpier. Und Hans Immer ist ein riesengroßer, industrieller und Bauunternehmer. Der Bruno Koop steht quasi kurz vorm Zusammenbruch seines Schank-Imperiums, weil er das Schild vor seiner Bar leider falsch fällt und dabei nicht nur sein Auto, sondern auch sein Schild kaputt macht. Nee, aber der muss weichen, weil der industrielle Hans Immer dort bauen möchte. Gentrifizierung, ja, sozialkritische Handlung. Kann ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Ist das Wort Schank-Imperium in deinem aktiven Wortgebrauch? Oder hast du dir das jetzt gerade ausgedacht? Sehr großartig. Ich muss ehrlich gestehen, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ich habe es auch noch nie vorher gehört, aber ich finde es auch großartig. Das ist toll, ey. Sofort in den Duden damit. How elegant. Vielen Dank. So, und ja, ich muss mir das auch gerade überlegen. Ist dann doch komplexer. Bitte was? Wer ist ein Wichser? Ist dann doch komplexer. Auf jeden Fall. Die Handlung ist so einfach. Ganz klassische Verwechslungskomödie. Nee, dann gibt es halt Anschläge auf Hans Immer. Und dann wird ihm die Sache zu heiß. Und dann sagt er, ich brauche einen Doppelgänger. Genau. Ihr Doppelgänger. Ach, äh, so sehe ich aus. Ich bewundere Sie. Ich sehe jede Ihrer Sendungen. Ach, Sie sind das. Und zufällig ist halt Bruno Koop, der ja eigentlich auch sein Ziel ist, wenn es darum geht, diesen Platz da irgendwie zu gewinnen. Das ist ja so perfekt. Das funktioniert. Das ist so gut durchdackt. Das greift hier alles ineinander. Das ist so schön. Dramaturgisch genial geschrieben hier. Eine Verwechslungskomödie. Unverwechselbar aus Deutschland. Und durch die Talerforden. Unfassbar genial. Gemimt. Was soll man mehr sagen? Ja, das ist natürlich jetzt Fangelaber. Was? Nee, überhaupt nicht. Fangelaber. Also der hat auf jeden Fall sehr viel 80er-Jahre-Anstrich. Ja. Kann man sagen, ja. Ja, aber passt. Passt zu Dieter Hallerford und passt zu der Figur Didi. Es sind alle Figuren von Didi, die spielen, glaube ich, in den 80ern. Gibt nichts davor, nichts danach. Die 80er waren sich für nichts zu schade. Haben wir da irgendwie schon gesagt, 1984? Nö, aber jetzt. Nicht zu schade hier. Das sind die negativen Vibes, die ich hier meine. Ich habe hier eigentlich die Macht, ne? Ich könnte dich eigentlich mal muten hier. Ja, wenn ich den nicht so toll finden würde, dann würde ich dich vielleicht auch nicht ärgern wollen damit. Ich habe den Film natürlich als Kind gesehen. Als Kind habe ich alle Didi-Filme gesehen. Ich fand das total geil. Ich fand das so witzig. Okay, also doch. Dann bist du rausgewachsen irgendwann. Mein Humor hat sich halt geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin schlechter geworden. Du magst halt albernen Humor und ich mag den nicht immer. Ist das so? Man kann die Filme ja schon unter dieses Klamauk packen. Es ist aber mehr drin. Der Film hat mehr zu bieten. Überbegriff. Das stimmt. Und bist du jetzt so bei Klamauk-Filmen, Manu, jetzt komplett, dass du sagst, ich bin da raus, so hier, Adriano Cilentano und der hier und die Olsen-Bande oder so? Oder ist das jetzt so nur vereinzelt? Es kommt drauf an. Kannst du jetzt nicht so allgemein sagen. Okay. Okay. Ja, schade. Aber um Humor zu beschreiben, habe ich immer gerne gesagt, also Peter steht auf Didi und ich stehe auf Loriot. Und dann konnte man das ganz gut. Ist ja vollkommen wertfrei. Für Humor kann man ja nichts. Man kann ja nichts dafür, wobei man lacht. Ich fand das früher total geil, muss ich sagen. Aber Halle von ist nicht so albern, wie man ja eigentlich immer glaubt. Weil es ist ja schon teilweise clever hier gemacht, wenn wir alleine die Szene sehen, wie er das erste Mal versucht, Hans Immer zu sein. Also beziehungsweise er wird ja gezwungen. Er kriegt ja dafür Geld vom Hans Immer und muss ja diese Rechnung bezahlen, weil er vorher fälschlicherweise im Namen von Hans Zimmer eine ganze Bar auseinander hat nehmen lassen von den Leuten, die ihn entführen sollten. Übrigens Manfred Lehmann dabei, der auch in fast allen seinen Filmen mitgespielt hat. Ja, der hat ja immer einen Cast mitgenommen quasi. Also einige Figuren, einige Schauspieler. Thilo Brückner war bestimmt auch öfter dabei. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Name. Und der Glatzseeder war dabei. Glatzseeder auch. Ja, DDR-Ikone hier aus. Legende von Paul und Paula und so. Und ich habe auch überhaupt noch nicht gesagt, dass ich den Film schlecht finde oder so. Ich werfe mir nur so ein paar Sachen rein und gucke da einfach, wie Peter drauf abgeht. Ja, ich wollte jetzt mal kurz ausführen, weil der Humor ist nicht so albern, wie man immer glaubt. Und das stelle ich immer gerne wieder fest, weil es halt auch nicht unbedingt clever ist. Es ist aber gut geskriptet, wenn er das erste Mal als Hans Immer auftreten soll. Es ist auf der Slapstick-Seite ist es schon top-notch, weil Hallerforn das einfach drauf hat. Aber es ist halt auch cool, dadurch, dass er mit, wenn er einen Satz quasi zu viel sagt, weil er vorher kriegt ein Skript vom Hans Immer und muss einen. Das ist schon geil, ey. Jeder Person, für jede Person hat er quasi einen Satz mitgekriegt. So. Und dann sagt der eine Person zwei Sätze und dann ist es quasi versetzt. Genau. Komplett hin. So clever. So clever. Also ich habe sehr gelacht. Aber du klapst auf dem Hintern, das war mega, Alter. Ja. Das war super lustig. Ja, auch, dass er diese Sätze vertauscht und so ist schon, weil es ja irgendwie trotzdem anwendbar ist. Ich finde auch ein paar Sachen, also ein bisschen Wortwitz hat er schon, den ich ansatzweise als clever einstufen würde. Ey, Alter, ich habe so laut gelacht bei dem Ding, wo er auf Bruno trifft, also der Assistent von Immer auf dem Bruno trifft, auf der Straße und er denkt sich schon so, okay, der ist ganz anders angezogen, was ist mit dem hier? Und dann fragt er ihn so, ach, sie sind inkognito hier. Und er sagt, nee, Kreuzberg. Du müsstest sagen, das war der geilste Gag in dem ganzen Ding. Alter, ich konnte nicht mehr, ey, wie geil ist das Ding, wie er selbstverständlich sagt, nur in Kreuzberg. Da ist aber auch, wie er das sagt, das ist wirklich genial. Nö, Kreuzberg. Also deswegen, ich bin da schon mal Peter, der hat, also Comedy hat der drauf. Und natürlich ist das ein Produkt seiner Zeit. Aber für das, was damals gemacht wurde, war er schon Champions League. Und er macht halt eine Mischung aus Wortwitz und Physical Comedy. Er kann halt beides so. Das ist halt das Coole bei ihm. Okay, also dass Peter jetzt gesagt hat, das ist top-notch, was Slapstick angeht. Also Charlie Chaplin dreht sich gerade im Grab rum, muss man wirklich sagen. Also, sorry. Aber ich finde, Gess hat schon recht, das, was er hier macht, was Physical Comedy angeht, hat er drauf. Okay. Das beste Beispiel ist ja, wir waren ja klein, als wir diese Filme alle gefeiert haben. Wir waren ja Kinder so. Und wenn du als Kinder Filme guckst, dann findest du die ja selten geil wegen den Wortwitzen. Oder weil da irgendwas smart ist, gerade im Dialog drin. Sondern du findest die auch geil wegen der Verfolgungsjagden oder wegen der Action. Oder weil da irgendwas physicalmäßiges funktioniert. Und da ist die schon krass gewesen. Also ich fand als Kind diese Heinz-Ehrhardt-Filme, die ich erst später zu schätzen wusste, die fand ich langweilig. Weil das war halt primär Wortwitz. So weißt du, als Kind wird es ja kein Wortwitz sehen, sondern du willst Action sehen. Insofern war der Schottener definitiv eine Ikone. Vollkommen. Als Kind. Ja, richtig. Ja, gut. Aber sag mal, Manu, wenn du jetzt sowas guckst, dann meldet sich das Kind von damals so kein bisschen bei dir? Bei dem Film war es schwierig. Also ich hopp euch natürlich jetzt auch so ein bisschen damit, weil ich weiß, dass ihr das alle geil findet und so. Ich habe sehr wenig gelacht bei dem Film, muss ich sagen. Also ich habe mir den gestern Abend reingezogen. Ich will überhaupt kein Miesmacher sein. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die mir gefallen an dem Film. Das mit dem in Königs... Kreuzberg. Königsberg. In Kreuzberg fand ich großartig. Da habe ich auch derbe geschmunzelt. Noch nicht mal gelacht. Nee, gelacht kein einziges Mal. Aber in der Gruppe wahrscheinlich. Wenn wir jetzt zu viert geguckt hätten, hätte ich bestimmt auch gelacht. Aber so alleine vor dem Rechner war es jetzt nicht so... War ich jetzt nicht so angestachelt. Das muss ich dem Film natürlich auch fairerweise zugutehalten quasi. Es gibt ein paar Sachen, die so ein bisschen anachronistisch sind. Also so dieses mit dem auf den Poppes hauen. Okay. Vielleicht jetzt nicht so mega witzig. Ich kann nur sagen, ich fand es witzig oder nicht. Das war super. Das Problem an dieser Szene... Okay. Das Problem an dieser Szene mit dem... Es ist eine coole Idee auf jeden Fall mit dem... Okay, dann sagt er zwei Sätze und dann ist er aus diesem Konzept und sagt dann natürlich die Sätze zu den anderen, die dann eben nicht mehr passen. Das Problem ist, dass diese Pointen natürlich halt von vornherein klar sind. Also die weiß man ja zwei, drei Minuten vorher schon. Man weiß ja ganz genau, was jetzt dann passiert. Das ist halt schade, dass... Macht es doch nicht weniger witzig. Dass er da nicht überrascht. Ja, aber das zum Beispiel mit dem... Sind sie inkognito? Und dann... Nee, in Kreuzberg. Der kam überraschend. Da konnte ich mich nämlich nicht mehr dran erinnern. Das kam zum Beispiel viel überraschender. Wenn er da auf dem Stuhl, also wenn er da mit diesem modernen Büro nicht zurechtkommt, das ist von dem, was da passiert, fand ich das natürlich nicht lustig. Aber es ist natürlich ein Kommentar auf dieses... Ja, die Chefs oder halt so Neureiche oder was auch immer. Die haben halt immer diesen ganzen Schnickschnack, den eigentlich keiner braucht. Und da sind die Stärken, weil der Film ja schon eine Kritik an diesem Corporate-Gedönse ist. Genau. Das ist ja reine Kapitalismuskritik. Ja, und ich finde, das ist halt auch da wieder so ein bisschen Chaplin und Jacques Tati und solche Leute hat dieses halt auch schon gemacht. Das gefällt mir auch. Das finde ich auch gut. Das finde ich total super. Zum Beispiel, wie er dann dieses Meeting schafft, indem er immer nur diese... Sind es drei... Diese paar Sätze, die der... Genau. Die sind genau automatisch. Und er dann so dieses Meeting meistert. Das heißt, es sind so ganz viele Leute, die sich ganz wichtig vorkommen und dann kuschen vor so einem Despoten, der einfach nur ein Arschloch ist. Also einfach so ein Kapitalisten-Wichser. Und die machen sich alle in die Hose und er kann diesen Job machen, der ja so wichtig ist und so gut so hochdotiert ist, kann er machen, indem er drei Sätze einfach wiederholt. Und das finde ich wieder geil. Das ist nämlich clever. Das ist wirklich clever. Ja, das heißt fast was Sozialkritisches. Genau, weil das mit wenigen Mitteln ein gutes Statement setzt, ein wichtiges Statement und das für jeden verständlich ist. Das muss man auch erst mal schaffen. Das fand ich zum Beispiel super geil. Das wollte ich sagen. Also ich bin jetzt nicht so Lise-Peter. Ich finde nicht alles scheiße daran. Natürlich hat er so seine Momente, aber insgesamt hat mich das natürlich nicht mehr so abgeholt wie früher. Das muss ich wirklich ehrlich sagen. Ja, aber das geht uns wahrscheinlich allen so, oder? Ja, das ist keine Zehn-Punkte-Komödie, da bin ich auch nicht, aber ich würde schon nichts über Didi kommen lassen. Ich meine, mein Lieblingsfilm ist ja tatsächlich die Rache der Enterbten. Aber alleine auch aus persönlichen Gründen, weil dieser Film wurde in unserer Straße gedreht. Die Wohnung von Didi Hallervorden in diesem Film ist zwei Häuser weiter von meinem Eingang gewesen zu unserer Wohnung und so. Und wir konnten vom Balkon die ganzen Container und die ganzen Dreharbeiten beobachten und so und wussten die Straße abgesperrt, weil Didi seinen Film dreht. Und noch besser, der hat Essen zum Mitnehmen nach den Dreharbeiten bei unserem Restaurant bestellt. Und hat dann irgendwie ein Bier da getrunken und hat sein Essen mitgenommen und so. Und während des Drehs war er da zu Gast. Deswegen war ich auch persönlich beleidigt, weil bei IMDb, bei Schauplätze, steht dann irgendwie Wilmersdorf, keine Ahnung, Brandenburgische Straße und hier und da und hier war die Wohnung. Und unsere Friesener Straße wurde noch nicht mal erwähnt. Zu Asil-Frechheit. Wo seine, also es taucht dann nicht auf, dass in Werding auch ein Teil gedreht worden ist. Kannst du ja mal noch eintragen bei IMDb. Ziemlich harte Nummer. Ja, gebe ich Hakan Hand in Auftrag, dass der was macht. Bei die Rache der Nerven spielt er aber auch mehrfach mit, ne? Da hat er noch mehr Rollen, ne? Spielt er alle quasi. Ja, da spielt er insgesamt sieben Rollen. Das ist halt auch so ein Söllner und so ein typisch 80er Jahre Agent Kino. Also das ist schon witzig. Ja, den mochte ich auch sehr. Ja? Hast du den den Mann kennengelernt? Ne, ich habe ihn noch nie kennengelernt. Ich habe nämlich mit ihm fortgewechselt. Ich habe ihn halt, als kleiner Junge habe ich ihn halt einmal gesehen, wie er da sein Bier getrunken hat, Essen abgeholt. Aber ist halt schon so, wissen wir ja, der ist ja im richtigen Leben eher so ein ernster Typ. So, insofern war der da auch so, schönen guten Abend und so, aber... Ja, aber trotzdem, ich habe den mal kennengelernt, weil der Mann einer Schauspielkollegin von mir einen Film mit ihm gemacht hat, sein letztes Rennen. Oh, okay. Was ich über den gesehen habe. Ne, nicht gesehen. Den fand ich echt gut. Ja. Das ist echt ein sehr sehenswerter Film. Ja, schönes Alterswerk. Ja, und eben, da spielt er halt natürlich null Didi, sondern das ist echt eine ernste Rolle und macht er echt gut. Es ist ja auch eine gute Entscheidung, stimmt, wenn wir jetzt noch Didi machen, das wäre einfach nicht mehr glaubwürdig. Nee, nee, das war ja, glaube ich, schon auch eine gezielte Entscheidung, dass er dann ja auch irgendwann wirklich nur noch Dieter Haller von genannt wurde, nicht mehr Didi. War halt schon so eine Persona, ne? Otto macht das Gleiche wie damals, also... Ja, der hat diesen Absprung leider verpasst. Ja, aber Didi Haller von ist allgemein so, dass wenn der irgendwo unterwegs war oder im zivilen Leben und die Leute wollten dann, dass der da lustige Sprüche macht und dass er den Didi macht, das ging ihm schon immer auf den Sack, so, also deswegen hat er sich auch davon... Das macht man ja auch nicht, ne? Auf der Straße, ja, mach mal das und das. Also, das ist ja jetzt... Sei mal lustig, jetzt. Eben. Ich finde aber zum Beispiel, dass Dieter Haller von jetzt auch wieder ganz ernst und darauf zurückkommt, dass ich finde ihn geiler, wenn er halt dann so ein bisschen Berlinert, ne? Also, wenn er dann so eher Mundart unterwegs ist, wenn er da den Immer spielt, das hat mich nicht so richtig abgeholt, klingt auch ein bisschen komisch, wenn er so Hochdeutsch spricht, aber es war nicht drüber genug und es war nicht ernst genug, das war irgendwo dazwischen, wo es mich nicht ganz abgeholt hat. Aber das fand ich dann geiler, wenn er dann halt Berlinert hat. Bruno. Das ist nur ihre Meinung. Das ist nur seine Meinung. Sehr gut, Peter. Also, der beste Konter. Das Schöne an Dieter Haller von, beziehungsweise an den Figuren, die er immer gespielt hat, zumindest in den Didi-Filmen ist, der hat immer den kleinen Mann gespielt. Genau. Jeder, der Didi-Film ist eher der kleine Mann, der sich irgendwie gegen die Obrigkeit, gegen wen auch immer behaupten muss oder das auch letztlich schafft und damit immer so positiv und so fröhlich irgendwie dann seine Filme zu Ende bringt. Und das fand ich halt immer cool, weil hier ist auch eine nette Pointe, die dann auch nochmal visual irgendwie schön auserzählt wird, weil es ja zeigt, so von wegen, was dann doch Positives im Immer steckte, weil man ja sieht, was er dann im Barwesen dann noch erreicht hat. Achso, dass er das Geschäftliche schon drauf hat. Genau, ja. Achso, was ich auch noch positiv hervorheben möchte, sind diese Stunts am Ende bei der Verfolgungsjagd. Da war ich ein bisschen beeindruckt. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Weil man sieht auch sehr häufig die Taler von da. Also, klar, dass das natürlich alles auf dem Gestänge war und so, aber häufig ist der da wirklich selbst rumgefahren. Ja, Michael Bay with Blast for Night. I'm impressed. Also, es war nicht, Tom Cruise gefällt das. Ja, es war nicht immer dann der Stuntman, offensichtlicherweise. Und das war auch so ganz cool choreografiert. Und da gibt es auch mal so einen Stunt, wo dann so ein Polizist, ah, übrigens die Polizei in grün, ne. Da kommt die Nostalgie bei mir hoch, ne. Da ist dann, da zünde ich in Gedanken direkt den Molotow guckt. Ich meine, ne, aber da kommen wohlige Erinnerungen hoch aus den 80ern. Da muss ich mal direkt reingrätschen, weil was für ein Klischee ist das eigentlich, dass ständig irgendwelche Polizeisperren in diesen deutschen Filmen damals irgendwie. In jedem Film hast du irgendeine Sperre, wo bei irgendeiner Verfahrensjagd auf einmal völlig random Polizisten, ich meine, jetzt waren ja, Präsident war ja in der Stadt. Genau. Aber völlig random stehen da auf einmal Polizisten und halten dich einfach an. Wann fahre ich schon mal in so eine Polizeisperre, wo mich Polizisten anhalten? So, in einem Film da ständig. War ich auch so witzig. Ja, aber ein cooler Stunt auf jeden Fall, wo der mit dem Motorradfahrer, dem Polizisten Motorradfahrer, der dann da runterfällt und so. Stimmt. Das ging dann schon ganz gut ab und damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Also ich wusste das halt nicht mehr. Ne, ich hab da, das ist schon was länger her, dass ich den gesehen hab, den Film. Aber doch geiler war doch das Polizei, äh Quatsch, das, 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 das Verbrecherauto in die Polizeistation. Das sah auch stark aus. Das war ein super Stunt. Ja. Das fand ich auch gut. Und Ronald Reagan hat ein Cameo, muss man auch mal hier erwähnen. Der war ja auch Schauspieler, das ist ja vollkommen klar. Eben, ja. Ein Comeback. Fiel ihm leicht. Ja, aber auch ein paar große Namen, das hatte ich natürlich nicht mehr auf dem Schirm. Hier Ruth Maria Kubitschek und so. Stimmt, ja. Da durchaus auch Leute, die man kennt. Also schon ordentlich besetzt, auch so ein bisschen kleine Nebenrollen. Rolle Lehmann sieht man ja auch immer gerne. Waren ja gut funktionierende Filme. Ja, voll. Und ich hab Lust gehabt, weil du auch meintest so, Peter, er hat ja immer so den kleinen Mann gespielt, der dann so gegen die Obrigkeiten rebelliert. Ich hab voll Bock gehabt, mir diesen Trucker-Film von ihm nochmal anzugucken. Alter, wie hießen die denn? Ich kann mich noch an den Truck erinnern. Der war so gelb-rot irgendwie. Ja, ja. Da hat er so einen ganz komischen Haarschnitt. Auf vollen Touren. Auf vollen Touren. Auf vollen Touren, ja. Danke. Da hab ich Bock gekriegt, dem mal wieder zu gucken. Das sind auch Ewigkeiten, ja. Die gehen alle. Der Experte ist auch stark. Der Schnüffler. Wo er so mit so einem Zeug, was er riecht, dann auf einmal, also es ist eigentlich so ein Placebo-Effekt, wo er an was riechen soll, was ihm angeblich Superkräfte gibt, wo es dann halt am Ende herausstellt, so von wegen, dass es einfach nur in ihm steckt. Da spielt er so ein ... Hör mal kurz den Experten gespoilert. Spoiler-Triangel? Oh, ja. Ach, ganz ehrlich. Ich glaub, unsere Community wird damit nicht so viel anfangen können. Die verzeihen dir. Alle so, was, die, die Experte, hä? Manu ist grad enttäuscht, dass du eben den Experten gespoilert hast. Der wollte den sehen morgen. Ja, der kennt den. Hab die Box hier, natürlich. Ich hab den, den hab ich als Kind, hab ich den gesehen, ja. Als du das gerade gesagt hast, denke ich, ja, stimmt, hab ich gesehen. Ich hab also wahrscheinlich nicht alle gesehen, aber früher war das, also natürlich, die ganzen Otto-Filme, da war ich sogar im Kino, dann im Fernsehen die, 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 die Sachen und so, alles, wo irgendwie die ganzen Leute halt von damals, auch irgendwie Jürgen von der Lippert, ja auch manchmal ... Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Ja, hier die Supernasen natürlich. Oh Mann. Alles mitgenommen und ich hab das halt geliebt und ich fand das, ich fand das auch wirklich lustig. Mittlerweile nicht mehr alles dazu, aber natürlich erinnere ich mich daran und sage ja nicht, ja, weil ich jetzt nicht mehr schallend vor dem Monitor lache, dass das jetzt alles totaler Müll ist. Das wäre ja auch total unfair, das zu sagen, ne. Also, ich ärgere euch nur gerne. Wie steht ihr bei der denn zu Helge Schneider? Null, null, Schneider. Großes Schwein. So ist die Tür. Ja, großartig. Das finde ich Weltklasse, das finde ich heute noch Weltklasse. Ich hab den auch hier in der Kölner Philharmonie, hab ich den live gesehen vor ein paar Jahren. Ja, da gibt's nichts, 10 von 10, klar. Siehst du, aber das passt natürlich sehr zu dem, als er vorhin meinte, er ist halt Loriot-Fan. Findest du? Ja, ja, klar. Weil Loriot ist für mich außerhalb von diesem Klamauk und Helge Schneider ist für mich auch Klamauk. Aber Helge Schneider war trotzdem schon immer Klamauk für Leute, die es gern intelligenter haben. Echt? Ja, ja. Auf jeden. Hab ich ihn gar nicht gesehen bisher. Also, wenn du den mal live siehst. Ich glaube, du wirst wenig Fast & Furious Fans finden, die Helge Schneider feiern. Ich kann mir vorstellen, dass da fünf Käfer auf der Couch sitzen und sich todlachen über den Helge Schneider. Das auch, aber das muss ja nicht heißen, dass die intellektuell mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Der Typ ist ja auch einfach ein musikalisches Multitalent, sag ich jetzt mal. Genie wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber als ihr ihn live gesehen habt, da spielt der einen, also der hat eine geile Jazzband dabei, alles voll die krassen Mucker. Der hat eine geile Sunny-Version. Der spielt Jazzstandards, alle eigentlich, und weil sie noch eigene Stücke, also das ist total abgefahren, was der macht. Da hat er aber, bei irgendeinem Stück hat er dann, holt er ein Glockenspiel raus und spielt ein Glockenspiel-Solo und haut dabei das Glockenspiel kaputt. Absolut geil. Der Jimi Hendrix, das Glockenspiel ist. Süß war das Glockenspiel in die Klinge. Ich finde den Texas gar nicht mal so stark, aber alle Filme danach finde ich großartig. Ja, bei Helge ist das halt so, dass er auch so dieses, dass er komplett absichtlich dekonstruiert, wie Film geht. Sowas halt. Und dass er komplett so dieses, er nimmt irgendwie so Outtakes mitten in den Film, Scheiß auf Struktur, Scheiß darauf und so. Das ist halt Rebellion, ne? Das ist ja wirklich... Das finde ich halt manchmal ein bisschen prätentiös. Ja, ist auch legitim. Kann man auch prätentiös. Ich finde es halt... Auch nicht alles natürlich von ihm, aber meistens lustig, ja. Hast du ihn gesehen, als er Hitler gespielt hat? Ne, habe ich gar nicht, ne. Die dumpfwackige Dilettantisten! Sie unter eine Tätikartoffel! Sie haben den Führer vorumstaltet! Den habe ich auch nicht gesehen. Da hat er sich ja im Nachhinein tierisch von distanziert. Ja? Da war ich ein bisschen dünn. Also fand es nicht gut, dass er sich distanziert hat? Ja, finde ich halt generell schwierig. Also klar weißt du als Schauspieler im Vorfeld nie, wie so ein Film wird, aber gerade bei so einer Figur, wenn du die annimmst, dann red halt ein paar Takte vorher mehr mit dem Regisseur, damit du weißt, was das wird. Aber dann da die Dreharbeiten durchzuziehen und dann hinterher zu sagen, finde ich alles total scheiße, ist irgendwie, finde ich ein bisschen komisch. Hat er so nachgetreten oder was? Ja, ja, eben im Nachhinein hat er sich halt sehr davon distanziert. Das ist nicht cool. Aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt so, ich finde den Humorwelt klasse und finde dann alles geil, was er macht. Wenn er sich da scheiße verhalten hat, dann war es scheiße. Ja, ja, aber das ist ja jetzt unabhängig vom Produkt. Peter, wie findest du denn Helge? Habe ich keine Meinung zu. Ich brauche mehr Details. Ne, so war das gar nicht gemeint. Aber Helge Schneider ist für mich kein unbeschriebenes Blatt, aber das war jetzt kein Künstler, dem ich groß gefolgt bin damals. Also ich kenne von ihm tatsächlich auch nicht viel. Ich glaube, ich habe Null Schneider gesehen und ein bisschen was von seinem Bühnenprogramm, aber so in Gänze kann ich eigentlich wirklich nicht was Großes zu ihm sagen. Dieser Mantel ist ein Erinnerungsstück. Wo war nochmal der Haar? Ja, ist auch nicht schlimm. Ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn man zu etwas mal keine Meinung hat. Das ist keine Schande. Finde ich auch. Warum, wenn wir eine Meinung haben? Meinung ist überbewertet. Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eine. Das stimmt. Eine Arschloch. Ja, was gehen wir denn an Punkten für den Doppelgänger? Außer Konkurrenz, der kriegt keine Punkte. Obwohl, da kannst du jetzt hier mit Letterboxd Herzchen kommen. Der kriegt bei mir auf jeden Fall ein Herz, aber keine fünf Punkte. Ja. Wenn ich Herzen geben würde, würde ich wahrscheinlich auch ein Herz kriegen. Du gibst keine Herzen? Bist du herzlos? Nee, ich habe diese Herzen noch nie benutzt. Das ist sehr interessant. So kennen wir ihn. Ich habe einen einzigen Film im Herz gegeben, weil es der erste Film ist, den ich auf Blu-ray gesehen habe. Und der Film war totale Scheiße. Gina White 4. Nee, ich bin in die Videothek gegangen, habe mir meine erste Blu-ray ausgeliehen und habe die auf dem Beamer abgespielt und dachte so, ich habe vorher DVDs auf dem Beamer gesehen. Und jetzt auf einmal dachte ich so, Alter, was ist denn das? Wie geil sieht das denn aus? Und der Film ist totaler Schrott. Das war 10.000 BC von hier Emmerich. Und als ich diesen Film gesehen habe, das ist halt das Datum, wann ich meine erste Blu-ray gesehen habe. Und deswegen habe ich diesen Film mit einem Herz markiert, weil das der Übergang von DVD zu Blu-ray war. Und deswegen hat dieser Film bei mir in Letterboxd ein Herz gekriegt, obwohl er total scheiße ist. Also 10.000 BC war das Datum? Ein bisschen später. Ich weiß, ich bin älter als ihr, das weiß ich, aber so einen auch wieder nicht. Wir hatten doch mit diesen Herzchen, da hatten wir letztens, weil angeblich benutze ich Letterboxd nicht richtig. Hat mich mal irgendwie so, haben mich drauf hingewiesen, ich gebe zu viele Herzen, obwohl die Filme nicht gut sind oder so. Und ich denke so, ja, aber ich denke immer, wenn mir der Film gefällt, gibt man ein Herz. Da haben wir uns auch hier mit dem Schröck drüber unterhalten und mit dem André. Wir haben es dir mal erklärt, wie es richtig geht. Genau, dann soll das eigentlich so sein, das ist genau für so einen Fall. Jetzt zum Beispiel Didi, gebe ich jetzt zwei von fünf, aber ich gebe ein Herz zum Beispiel. Dann funktioniert das. Aus der Sicht ergibt das auch tatsächlich Sinn. Aber anscheinend, bei der Guess gibt es gar keine Herzen. Also irgendwas, dieses System, wir ficken dieses System gerade total. Irgendwie funktioniert das mit Letterboxen nicht. Wir brauchen mehr Details. Ey, du, jetzt pass mal auf, ich bewerte überhaupt nicht auf Letterboxen. Dann hast du auch kein Dilemma mit Herz oder nicht. Ich nehme mich auch nicht immer, weil ich mir denke, weil so ein paar User uns folgen, da denke ich mir so, ja, wenn die vorher schon sehen können, wie ich den Film bewerte. Ja, eben. Bei mir, ich logge da eigentlich nur die Filme, um mir halt zu merken, was ich geguckt habe. So ein Diary zu haben, ja. Das ist auch meine Hauptintention. Und damit man sich am Ende des Jahres ärgern kann, dass man so viel Zeit mit Filmen verbracht hat. Was? Was gibt es denn da zu ärgern? Ja, weil es schon verdammt viel Zeit ist, die da drauf geht. Ich ärgere mich höchstens, dass ich nicht noch mehr geguckt habe. Weil ich keine Zeit hatte. Und wie viele Filme sind das so im Jahr bei dir? Okay, das weiß ich nicht. Weil ich logge nicht immer alles, ich bin manchmal faul. Aber sagen wir mal so, ich habe das mal gezählt, wie viele neue, also Kinofilme das waren. Das waren mal so im Jahrhundert Kinofilme, ungefähr. Schon eine Menge. Das war so mit PVs und das ist eine Menge, wenn man auch noch Vollzeit arbeitet. Aber die ganzen Leute, die das nur machen und nur in PVs gehen, die gucken halt 200 bis 300 im Jahr, ne? Also im Kino. Und dann sind das bestimmt noch mal 200 zu Hause. Also ich schätze mal, es sind schon 300 Filme. War schon eine Menge, ja. Schätze ich, ungefähr. Weiß ich nicht. Schwach. Hast du weniger Tage filmfrei, als hast du jeden Tag einen Film? Ja, aber... Mit ein paar Tagen Pause. Du guckst ja auch mal zwei bis drei Filme am Tag, dann Fantasy Filmfest Nights sind halt fünf. Das sind zehn, dann zwei Tage, das geht auch sehr schnell. Da ballert man schon mehr. Ja, ist schon ein zeitintensives Hobby. Und ich meine, die Durchschnittsdauer von den aktuellen Filmen, die gehen ja irgendwie alle drei Stunden jetzt, scheinen sich jetzt so einzubürgern. John Wick, der neue, der kommt, geht drei Stunden, so. Was ist denn das? Ein Actionfilm. Wahnsinn. Braucht man halt noch mehr Zeit. Ja gut, bevor der Podcast hier auch noch zweieinhalb Stunden geht. Ja. Um auch das mal aufzugreifen. Nee, aber sehr geil. Also sind wir alle, ihr seid alle begeistert von der Doppelgänger. Wir hatten hier sehr interessante Filme, sehr ungewöhnliche Filme. Das hat doch perfekt gepasst. Gute Mische. Teite Mische, Alter. Yes. Jein, Alter. Da bedanke ich mich in unserem Namen, aber das kann der Peter gleich auch nochmal persönlich machen. Mal wieder, also komplett, dass ihr da wart. Wirklich von Herzen. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Immer wieder gerne. Ja, wir haben zu bedanken. Freuen uns immer. Ach ja, gar kein Problem. Bei mir wird es ja aus Gründen ein bisschen knapp jetzt so bis Sommer. Aber ab Sommer habe ich auch wieder Zeit oder haben wir auch wieder Zeit für andere Sachen. Danke. Also für Späße. Dann können wir wieder woanders auch dabei sein. Ja, geil. Das ist jetzt viel Organisationsstress, aber auch sehr schön. Ja, tausend Dank. Abonniert alle, die bewegt wird bei Nausen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Unterstützt sie bei Steady und bei Patreon und überall, wo es sonst noch geht. Ich verabschiede mich bis, wie hat der eine Taxifahrer in Köln gesagt, bis zum Nächst. Ja, ich sage mal, schreibe es auf. Ich beschäftige mich später damit. Was ich auf jeden Fall von dieser herrlichen Zusammenkunft mitnehme ist, Ich bedanke mich bei unseren beiden Gästen ganz herzlich, dass sie mir in dieser schweren Stunde beigestanden haben und Dieter Hallervorn meine Faszination und meine Liebe zu Dieter Hallervorn mitgelebt haben. Welch Wunder, die sind aus Berlin. Hallo, geiler Typ. Und sein Machen halt hier gefrönt haben, seinen Qualitäten. Nee, es war echt sehr schön, dass ihr mir beigestanden habt. Und ihr habt natürlich schöne Filme mitgebracht, die wunderbar zum Oeuvre dieses Podcasts gepasst haben. Ja, ein Dank geht natürlich an alle, an unsere Patrons, natürlich auch an den guten Jörgi, der uns einen schönen Pick geliefert hat, der das Ganze hier nochmal schön konterkariert hat, das Programm insgesamt. Nachdem ihr die Abos bei den Bewegtbild-Banausen abgegeben habt, macht ihr das natürlich bei uns und schaltet nächste Woche zum Podcast wieder ein. Und am Sonntag wartet ein ganz tolles Video auf euch. Wir haben einen ganz großen Filmtipp mit dabei, den Mad God. Ein Animationsfilm aus dem Jahre 2021, der mehr zu bieten hat als nur ein geiles Artwork vom Poster. Denn Animationskünstler Phil Tippett schöpft ja aus dem Ganzen und liefert uns 30 Jahre in the Making einen großartigen, experimentellen Animationshorrorfilm. Ist quasi ein Filmtippett. Ja, in diesem Sinne, es wartet jede Menge Content auf euch und auch auf uns. In diesem Sinne hoffe ich für uns alle einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle wie immer. Durftet ihr Tschüss sagen? Tschüssi. Wir waren uns nicht sicher, ob wir da nochmal Tschüssi sagen sollten. Ja, dann sage ich Tschüssi. Ja, lieben Dank zurück. Bis zum nächsten Mal.